Keine Panik, wir werden mithilfe von Kare J sanft in die Programme Sprache Java einsteigen. Das ist auch notwendig, da Java eine eher unsanft zu lernende Sprache ist. Man kann auch nicht mit ein paar einfachen Teilen beginnen und alle anderen Aspekte von Java auslassen. Denn zum Funkdeionieren auch des allerkleinsten Programms sind etliche Aspekte von Java notwendig, die nicht alle leicht zu verstehen sind. Das betrifft nur dieses eine Kapitel. Das Kapitel zu Kare J aber an unserer Herangehensweise ist das für Sie absolut kein Problem. Sie werden in diesem Kapitel und in der darauf basierenden Vorlesung durch die Java-Programmesse geführt, dass Sie sich nur immer die Details genauer anschauen. Um die es gerade geht, diese Details sollten Sie damit gut verstehen können. In den Übungen werden wir Sie ebenfalls um die Komplexität von Java erst einmal herumleiten. In den Java-Programmen, mit denen Sie arbeiten, werden Sie konkret diverse Lücken finden. Und nur diese Lücken haben Sie zu füllen und diese Lücken werden sich mit Ihrem Vorwissen aus der Vorlesung dann auch gut füllen lassen. Sie haben vielleicht Vorkenntnisse in Java, vielleicht sogar gute Vorkenntnisse, dann wird Ihnen sicherlich vieles am Anfang und punktuell auch später schon bekannt sein. Sie könnten versucht sein, Langeweile zu entwickeln und heraushängen zu lassen. Wenn Sie kein Java-Vollprofil mit jahrelangen Erfahrungen sind, dann ist das aber nur eine vorübergehende Situation. Sie werden irgendwann plötzlich merken, dass Sie gar nicht mehr so alles kennen und auf Anhieb verstehen. Sie werden dann allerdings merken, dass die Vorlesung und der Übungsbetrieb nicht langsamer werden, nur weil Sie an die Grenze Ihrer individuellen Vorkenntnisse gelangt sind. Wenn Sie das nicht rechtzeitig merken, werden Sie im weiteren Verlauf von Vorlesung und Übungsbetrieb erst einmal abgehängt und müssen das Ganze dann erst wieder natscharbeiten. Aber auch bevor Sie an Ihre Grenze gelangt sind, werden Sie so einiges verpassen, wenn Sie sich dafür entscheiden, sich zu langweilen, statt konzentriert mitzudenken, egal, auf welchem Niveau Ihre Vorkenntnisse sind. Prof. Ionelle Haltung ist, die Präsentat ION Ihnen schon bekannter Konzepte als Gelegenheit zu nutzen. Ihre Erinnerung noch einmal aufzufrischen. Es ist, wie gesagt, Ihre Entscheidung, ob Sie sich langweilen. Wir beginnen mit ein paar ersten einfachen Schritten. Das sind schon echte Java-Anweisungen, bei denen wir das Java-Programm Karel J. benutzen. Karel J. hat eine sehr einfache Welt, im Grunde nicht mehr als ein Koordinatensystem mit ein paar möglichen Objekten darin. Das Koordinatensystem kennt nur ganzzeilige Koordinaten in Anlehnung an amerikanische Stadtpläne, wie zum Beispiel den von Manhattan heißen die Ost-West-Achsen-Streets und die Nord-Süd-Achsen-Haisen-Avenue. In diesem Koordinatensystem bewegen sich Roboter, die wir einrichten müssen. Mit dieser Anweisung wird ein erster Roboter eingerichtet. Im Rahmen der Benennungsregeln von Java können wir den Roboter beliebig nennen. Wir nennen ihn hier Karel-Vorgriff. Diese Benennungsregeln werden im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen von Java-Programmen systematisch eingeführt. Hier und hier wird angezeigt, dass Karel an Roboter, Englisch-Robot und eben nichts anderes ist. Wir sagen, Robot ist die Klasse von Karel-Vergleich mit Racket. In Racket mussten wir nicht hinschreiben, von welchem Typ etwas ist. In Java müssen wir das in Racket wird erst bei der Abarbeitung des Programms durch Dr. Racket geprüft. Ob jeder Wert seinem Typ gemäß verwendet wird? In Java wird das schon beim Übersetzen geprüft. Und im Falle eines Fehlers wird die Übersetzung mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Vorgriff, warum die Einrichtung eines Robotes so kompliziert aussieht, warum das Wort Robot insbesondere zweimal hingeschrieben werden muss, wird in dem Kapitel zu Objekt orientierte Apps-Theraktaon erläutert. Hier nehmen wir es erst einmal ohne Erläuterung so hin und schreiben es in den Übungen auch selbst genauso hin, wenn wir einen Roboter einrichten. Die Klasse Robot hat für die Einrichtung eines Roboters vier Parameter. Der erste Parameter ist die Street. Der Roboter Karel wird also auf der zweiten Street platziert. Der zweite Parameter ist die Avenue. Also, der Roboter wird auf die vierte Avenue platziert. Der dritte Parameter gibt die Richtung an, in die der Roboter schaut. Also die Richtung seiner Spitzen-Nurse ist nach oben, East nach rechts, South nach unten und West nach links. Immer mit einem Großbuchstaben am Anfang, danach alles Kleinbuchstaben. Den vierten Parameter stellen wir zurück. Mit dem befassen wir uns gleich. Jede Anweisung wird in Java durch ein Semikolon beendet. Egal ob danach noch eine weitere Anweisung kommt oder nicht. Die erste echte Akt-Aon des Roboters. Ein Schritt vorwärts in seine momentane Richtung, also nach oben bzw. nach Norden. Von Street 2 nach Street 3, entlang der vierten Avenue. Wir sagen, dieses Move ist eine Methode. Der Klasse Robot-Methoden werden aufgerufen, indem sie durch Punkt getrennt hinter den Namen des Roboters geschrieben werden. Die Einrichtung des Roboters eben hatte vier Parameter in einem Klammerpaar. Durch Kommas getrennt Methode Move hat im Gegensatz dazu keine Parameter. Das wird durch ein leeres Klammerpaar angezeigt. Auch bei dieser Anweisung und bei allen folgenden gilt das, was wir eben bei der Einrichtung von Karel gesagt haben. Jede Anweisung wird durch ein Semikolon abgeschlossen. Noch ein zweiter Vorwärtsschritt nach zwei Vorwärtsschritten nach Norden sind wir jetzt auf der vierten Street. Jetzt eine andere Methode namens Sternlef. Bei dieser Methode ändert sich nicht die Posit-Io-N des Roboters, sondern seine Ausrichtung von Norden nach Westen, vom Westen nach Süden, von Süden nach Osten bzw. von Osten nach Norden. Auch diese Methode hat keine Parameter, also wieder ein leeres Klammerpaar und wie bei jeder Anweisung ein Semikolon am Ende. Und wieder ein Vorwärtsschritt mit Methode Move, da der Roboter nach der Linksdrehung nach Westen zeigt, geht der Schritt also nach links, eben nach Westen minus, von der vierten zur dritten Avenue und noch ein Vorwärtsschritt nach links, von der dritten zur zweiten Avenue. Zur Abwechslung wieder einmal eine Linksdrehung und ein Vorwärtsschritt nach unten. Damit lassen wir Karel erst einmal in Ruhe, denn wir richten jetzt einen zweiten Roboter ein und machen erst einmal mit dem weiter. Fantasielos, wie wir sind, nennen wir ihn einfach Karel II und sehen dabei. Bezeichner können auch Ziffern enthalten. Das erste Zeichen muss aber immer ein Buchstabe sein. Im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen werden wir die allgemeinen Regeln für Bezeichner kennenlernen. In Zukunft werden wir aber wie bei Racket anstelle des deutschen Wortes Bezeichner das englische Wort Identifier benutzen. Den vierten Parameter hatten wir bei der Einrichtung von Karel noch übersprungen. Dort hatte er den Wert 0 dabei. Karel II hatte einen positiven Wert. Jeder Roboter hat einen Beeper BAG. Also eine Tasche für sogenannte Beeper. Karel hatte keinen Beeper in seinem Beeper BAG. Karel II hingegen hat 5 Beeper. Mit Methode Put Beeper legt Karel II gleich einen der Beeper an seiner momentanen posit ION ab. Daher hat Karel II statt 5 nur noch 4 Beeper im Beeper BAG. Der abgelegte Beeper ist in diesem Bild etwas unklar zu sehen. Weil Karel II draufsteht auch Put Beeper hat keine Parameter, also leeres Klammerpaar. Jetzt ist der Roboter einen Schritt zur Seite gegangen. Und wir sehen den Beeper auf der vorherigen posit ION des Roboters. Auf einer posit ION können mehrere Beeper sein. Deshalb steht in dem Symbol für Beeper noch die Zahl der Beeper, die auf dieser posit ION platziert sind, in diesem Fall eine 1. Und noch einen Beeper an der momentanen Kreuzung abgelegt. Jetzt hat Karel II nur noch 3 Beeper. Durch einen weiteren Schritt nach rechts ist auch dieser Beeper wieder gut zu sehen. Wir legen an der momentanen posit ION wieder einen Beeper ab. Diesmal legen wir aber noch einen zweiten Beeper an derselben posit ION ab. Also 2 Aufrufe von Put Beeper nacheinander. Ohne ein Move dazwischen jetzt hat Karel II nur noch einen Beeper. Und auf der Kreuzung, auf der Karel II steht, sind 2 Beeper. Nach einem weiteren Schritt sehen wir, dass an der letzten posit ION tatsächlich jetzt 2 Beeper sind. Eine Linksdrehung, Karel II dreht sich von Osten nach Norden. Und noch eine, also insgesamt eine 180 Grad Wendung. Der nächste Vorwärtsschritt ist also eigentlich ein Schritt zurück, wenn man so will. Eine neue Methode, Big Beeper, ebenfalls ohne Parameter. Der Robot Karel II nimmt einen der beiden Beeper auf dieser posit ION wieder auf, hat jetzt also wieder 2 Beeper. Und durch diesen Vorwärtsschritt sehen wir, dass nicht mehr 2 Beeper auf der letzten posit ION von Karel II sind, sondern nur noch eine auf der jetzigen posit ION von Karel II war vorher und ist weiterhin nur ein Beeper. Hier hat sich nichts geändert. Nach einem weiteren Aufruf der Methode Big Beeper ist an der momentanen posit ION kein Beeper mehr. Und Karel II hat jetzt 3 Beeper. Ab jetzt lassen wir Karel II in Ruhe und lassen wieder Karel ein bisschen was tun. Zwischendurch noch eine Linksdrehung. Jetzt etwas völlig Neues, 5 Vorwärtsschritte durch eine einzige Anweisung. Eine Schleife, genauer, eine Vorschleife. Vorgriff, im Kapitel zu Methoden werden wir genauer betrachten. Warum der Kopf einer Vorschleife so kompliziert aufgebaut ist, hier reicht erst einmal ein erstes Grundverständnis. Mit dem farblich unterlegten Baustein wird dafür gesorgt, dass die nachfolgende Anweisung mehrfach ausgeführt wird. Und an dieser Stelle steht, wie oft die Anweisung ausgeführt werden soll. Nämlich 5 mal alles andere in den runden Klammern ist bis auf weiteres immer identisch. Wir nehmen es erst einmal so hin, wie es da steht, ohne uns darum zu kümmern, was das alles bedeuten soll und warum es so kompliziert ist. Das, was 5 mal auszuführen ist, ist in geschweifte Klammern gepackt. Bei einer einzelnen Anweisung wie hier dem Move könnte man die geschweiften Klammern auch weglassen. Wir schreiben sie trotzdem hin nach dem Motto, erst die allgemeine Regel systematisch klären und einüben. Danach irgendwann später auch die Ausnahmen betrachten. Eine zweite Vorschleife Dreimal hat Karel 2 sich durch diese Schleife um 90 Grad nach links gedreht. Vorher hat Karel 2 nach Westen gezeigt, jetzt zeigt Karel 2 also nach Norden. Der Unterschied zur ersten Schleife ist, wo vorher eine 5 stand, steht jetzt eine 3. Also dreimal wird Turn Left aufgerufen. Wir erlauben uns, Vorschleifen auf den nächsten Folien abgekürzt zu schreiben. So wie in der zweiten Zeile die ganzen Details in der ersten Zeile, die in der zweiten Zeile ausgelassen werden. sind bis auf weiteres immer identisch. Daher können wir sie auf den Folien auslassen. In den Java-Programmen muss es natürlich immer so wie in der ersten Zeile aussehen. Eine andere Art von Schleife, die Vorschleifen mit der Vorschleife, führt man Anweisungen so lange aus, bis eine bestimmte Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Diese Bedingung steht immer gleich hinter dem Schlüsselwort, weil in runden Klammern in diesem Fall der Aufruf einer Methode von Klasse Robot, die einen Wahrheitswert zurückliefert. Also wahr oder falsch. Englisch True oder False Methode Anni Beepers in Beeper Backliefer True zurück Genau dann, wenn Karel 2 in diesem Moment mindestens einen Beeper hat. Die Schleife ist also zu Ende. Genau in dem Moment, wenn Karel 2 keine Beeper mehr hat. In jedem Durchlauf soll dasselbe passieren. Ein Beeper wird an der momentanen Positive I.O. anplatziert. Danach geht Karel 2 einen Schritt vorwärts, da Karel 2 momentan drei Beeper hat und nach oben zeigt. Können wir also vorher sagen, dass Karel 2 dreimal einen Beeper platzieren und danach jedes Mal einen Schritt nach oben gehen wird. In dieser Schleife sollen also zwei Anweisungen wiederholt ausgeführt werden. Wir hatten vorher gesagt, dass man bei einer Anweisung die geschweiften Klammern auch weglassen dürfte, bei mehr als einer Anweisung. So wie hier, haben wir keine Wahl. Wir können die geschweiften Klammern, die die Anweisungen zu einem Anweisungsblock zusammenfassen, nicht weglassen. Hier ist noch einmal der Ausgangszustand, bevor die Wahlschleife ausgeführt wird. Und das ist das Ergebnis nach Ausführung der Wahlschleife. Dreimal hatte Karel 2 noch mindestens einen Beeper. Das heißt, dreimal liefert die Fortsetzungsbedingung True zurück, so dass Karel 2 dreimal einen Beeper ablegt und dann jeweils einen Schritt vorwärts geht. Beim vierten Mal hat Karel 2 keine Beeper mehr. Daher liefert die Methode an die Beepers in Beeperback im vierten Schritt Forts zurück. Und die Schleife bricht ab, bevor die beiden Anweisungen ein viertes Mal ausgeführt werden. Das ist so ja auch sinnvoll. Denn wenn Karel 2 keine Beeper mehr hat, kann auch kein Beeper mehr abgelegt werden. Diese Anweisungen, die wir auf den ersten Folien gesehen haben, bilden für sich genommen noch kein vollständiges Java-Programm. Wir schauen uns jetzt kurz den Rahmen an, den wir um die Anweisungen schreiben müssen, um aus ihnen ein vollständiges Java-Programm zu machen. Alles, was jetzt farbig unterlegt ist, ist dieser notwendige Rahmen für unsere Anweisungen. Die Details dieses Rahmens werden Ihnen in den Übungsaufgaben zu Karel J vorgegeben sein. Sie müssen sich bei der Bearbeitung der Übungsaufgaben bis auf weiteres überhaupt nicht um diesen Rahmen kümmern. Ignorieren Sie ihn einfach vor Griff. Später, teilweise noch in diesem Kapitel. Teilweise erst in den Kapiteln zu objektorientierter Apps, Theraktao und sowie zu Methoden, werden wir die Bestandteile des Rahmens systematisch durchgehen und dann auch richtig verstehen. Nur ein einziges Detail in diesem Rahmen ist für uns jetzt schon wichtig. Hier, unmittelbar nach dem Wort Class für Englisch Klasse, steht das Wort, das Sie auch im Dateinamen finden, das Gesamtprogramm, das wir auf dieser und den folgenden Folien schrittweise zusammenstellen. Finden Sie also in den Übungsunterlagen in einer Datei namens firstrobot.java. Firstrobot in genau dieser Schreibweise mit genau dieser Groß- und Kleinschreibung bei der Dateiendung Java sind immer alle Buchstaben klein. Dies ist die Stelle, in die die Anweisungen zu schreiben sind. Diese Stelle wird in den Übungsaufgaben zu Karel J. von Ihnen zu füllen sein. Die Punkte hier gehören nicht zur Programmiersprache, sondern zeigen nur auf der Folie an, dass wir an dieser Stelle die ganzen Anweisungen einfügen werden. Eine einzelne Folie reicht halt nicht, um das ganze Programm in vernünftiger Schriftgröße zu zeigen. Das sind die ersten sieben Anweisungen, die wir eingangs betrachtet hatten. Einrichtung von Roboter Karel und ein paar Methodenaufrufe mit Karel. Und die nächsten sieben Anweisungen, darunter auch die Einrichtung von Karel 2. Die nächsten sieben Anweisungen danach. Nach noch zwei Anweisungen kommen wir schon zur ersten Schleife, die wir hatten ausführen lassen. Und die weiteren beiden Schleifen, das waren alle Anweisungen, die wir betrachtet haben. Und damit sind alle diese Anweisungen eingefügt. Java bietet eine ganze Palette von arithmetischen Operat-Ionen, die Sie auch aus der Schulmathematik kennen. Das hier besprochene Beispielprogramm ist zu finden in der Datei Arithmetik-Operat.ions.java. Wir nennen den Roboter jetzt Ari für Arithmetik und geben ihm so viele Beeper mit, dass er auf jeden Fall ausreichend viele haben wird. Wir werden diese arithmetischen Ausdrücke nacheinander verwenden. Um die Anzahl Vorwärtsschritte des Roboters zu spezifizieren, die Vorschleifen werden wir wieder so abkürzen, wie schon besprochen. Am Ende sehen wir uns an. Was insgesamt herausgekommen ist, Vergleichen mit Racket. In Racket ist Präfix-Schreibweise für arithmetische Ausdrücke zu verwenden. Also zuerst der Operator und dann die Operanden in Java wird die aus der Schule bekannte Infix-Schreibweise verwendet. Also Operator zwischen den Operanden, die auf dieser Folie auftretenden Operatoren sind binär in Java. Also im Gegensatz zur Racket jeweils genau zwei Operanden. Wir legen wieder in jedem Schleifendurchlauf einen Beeper ab und gehen dann einen Schritt vorwärts. Die Auswertung des arithmetischen Ausdrucks ist analog zur Schulmathematik. Von der drei werden zuerst fünf abgezogen und auf dieses Zwischenergebnis werden dann noch sechs addiert. Das Endergebnis ist also vier. Die Schleife wird viermal durchlaufen, um die Ergebnisse der einzelnen Schleifen auseinanderzuhalten. Machen wir nach jeder Schleife eine Biege mit Methode Turn-Left. Wie in der Schulmathematik, gilt auch in Java. Punkt vor Strich Rechnung will man die Auswertungsreihenfolge ändern. Muss man Klammern setzen. Hier werden also zuerst eins und drei addiert. Das Zwischenergebnis vier wird mit zwei multipliziert. Das Ergebnis ist acht. Also acht Schleifen durch Läufe. Hier kommt jetzt Punkt vor Strich Rechnung zum Tragen. Die Divis ION 7 durch 3 wird vor der Addit ION ausgeführt sind. So wie hier sowohl der Dividend als auch der Divisor von ganzzeiligem Typ. Dann wird ganzzeilige Divis ION mit Rest durchgeführt. Das Ergebnis der Divis ION ist also nicht 2,3 per Iode, sondern nur zweiter. Die Nachkommastellen werden einfach abgeschnitten. Das Endergebnis nach der Addit ION ist vier. Also vier Schleifen durch Läufervergleich mit Regit. Auch bei ganzzeiligen Operanten ist der exakte Quushent das Ergebnis der Divis ION. Also im Allgemeinen eine rataonale Zahl. Durch die Klammerung wird wieder zuerst 4 von 15 abgezogen. Zwischen Ergebnis 11. Das Prozentzeichen als arithmetische Operator kommt so in der Regel nicht in der Schulmathematik vor. Es wird Module ausgesprochen und liefert den Rest. Bei ganzzeiliger Divis ION konkret. Hier wird der Rest von 11 durch 3 berechnet. Die 3 geht dreimal in die 11. Und als Rest bleibt zweiter. Das Endergebnis ist also 2,2 Schleifendurchläufervergleich mit Regit. Die Module Operat ION wird in Regit durch eine Funk ION Namensmodule geleistet. Da wir den Roboter Ari nach jeder Schleife um 90 Grad gedreht haben, können wir die Endergebnisse der vier arithmetischen Operat IONen direkt vom Ergebnisbild ablesen. 4, 8, 4 und 2. Als nächstes malen wir ein sehr einfaches Bild mit Beepern. Konkret soll ein Rechteck von 9 Streets und 10 Avenue mit Beepern gefüllt werden. Ein Beeper auf jeder Post ION, also insgesamt 90 Beeper. Dieses Programm finden Sie in fillrectangle.java. Und die Beeper in diesem Bild sind das Ergebnis, das wir erreichen wollen. Das Java-Programm, das wir entwickeln werden, wird den Roboter auf diesem Pfad systematisch durch das Rechteck führen an jeder der 90 Kreuzungen, die zum Rechteck gehören, legt er einen Beeper ab. Wir sehen die prinzipielle Vorgehensweise. Neunmal macht der Roboter dasselbe. Er geht jeweils 10 Schritte von links nach rechts durch und legt an jeder Kreuzung einen Beeper ab. Dann geht er auf die nächst höhere Zeile und geht wieder 10 Schritte zurück. Um an den Anfang dieser Zeile zu kommen, wie wir gleich sehen werden, endet der Roboter aufgrund dieser sehr einfachen Schelmatik eines Trithöer und schaut wieder nach rechts. Als erstes richten wir den Roboter ein in Anlehnung an das englische Wort Rektangel für Rechteck nennen wir ihn Rex. Und wir richten Rex auch gleich mit den benötigten 90 Beepern ein. Das sind sämtliche Anweisungen, die der Roboter Rex ausführt, um das Rechteck mit Beepern zu zeichnen. Wir hatten schon früher gesehen, wie der Kopf einer Vorschleife im Detail eigentlich aussieht und wie wir ihn abgekürzt auf den Folien notieren. Eben nur die Anzahl Durchläufe und alles davor und danach in den runden Klammern nur durch drei Punkte angedeutet. Sie können leicht raten, was die Funktao in der einzelnen Schleifen ist. Die äußere Schleife geht Zeile für Zeile durch. Die erste innere Schleife geht die momentane Zeile von links nach rechts durch und legt Beeper ab. Und die zweite innere Schleife bewegt den Roboter wieder ganz nach links zurück. Hier in diesem Programm sehen wir erstmals eine Schleife, die nicht nur eine oder zwei Anweisungen wiederholt ausführt, sondern gleich so viele, dass sie nur zweispaltig auf die Folie passen. Dementsprechend weit sind der Kopf und die öffnende Klammer einerseits und die schließende Klammer andererseits voneinander entfernt. Und eine weitere Neuerung, die Anweisungen in einer Schleife können auch wieder schleifend sein. Denn diese beiden Schleifen werden in jedem Durchlauf durch die äußere Schleife einmal vollständig ausgeführt. Bei jedem einzelnen Durchlauf der äußeren Schleife werden die beiden inneren Schleifen jeweils zehnmal durchlaufen. Insgesamt werden die beiden inneren Schleifen also jeweils 90mal durchlaufen. Zu beachten ist, dass die Zähler für die Schleifen nicht gleich heißen dürfen. Deshalb nennen wir die Zähler der beiden inneren Schleifen nicht I wie bisher, sondern J und K. Tatsächlich hätten wir die Zähler der beiden inneren Schleifen gleich nennen können. Also zum Beispiel bei der J aber solange wir nicht das Prinzip dahinter gesehen haben. Bleiben wir lieber auf der sicheren Seite und benennen alle Zähler unterschiedlich Vorgriff. Das Prinzip dahinter sehen wir im Kapitel zu Methoden, Abschnitt zum Scope von der Finite Ionen. Wir hätten die Zähler beispielsweise auch I1, I2 und I3 nennen können. So sind wir nicht auf die 26 Zeichen des Alphabets beschränkt, sondern könnten Zähler für beliebig viele Schleifen einrichten, wenn wir das wollen. Zurück zum Rechteckzeichnen. Insgesamt sind 9 Streets zu füllen. Jedes Street wird in einem Durchlauf durch diese äußere Schleife gefüllt. Wir haben schon gesehen, wie man Beepo in einer Street oder Avenue nacheinander ablegt. Die Schleife sieht hier genauso aus. Zuerst wird ein Beepo abgelegt. Dann geht der Roboter einen Schritt vorwärts 10 Mal insgesamt. Da das Rechteck 10 Avenue umfassen soll. Aber das reicht nicht nachdem eine Street gefüllt ist. Steht der Roboter am Ende dieser Street und schaut nach rechts zur Füllung der nächsten Street. Von links nach rechts muss er aber am Anfang der nächsten Street stehen und dort nach rechts schauen. In diese Position. Mit ION müssen wir den Roboter erst noch bringen, um an den Anfang der nächsten Street zu kommen. Müssen wir wenden, also zweimal Turn Left nach einem Turn Left schaut der Roboter nach oben. Diese Gelegenheit nutzen wir, um mit einem Move zwischen den beiden Turn Left in die nächste Street zu kommen. Jetzt ist der Roboter schon auf der richtigen Street, aber am rechten Ende und schaut nach links, um an den Anfang der Street zu kommen. Dann geht der Roboter erst einmal in einer weiteren Schleife um 10 Avenue nach links. Jetzt ist der Roboter an der richtigen Posit ION. Schaut aber nach links, also müssen wir ihn noch einmal um 180 Grad wenden lassen und dann ist er für das Füllen der nächsten Street bereit. Mehr ist in einem einzelnen Durchlauf der äußeren Schleife nicht zu tun. Und das ist, wie schon gezeigt, das Ergebnis der Roboter ist zum Füllen einer weiteren, der zehnten Street bereit, weil er unnötigerweise im letzten Schleifendurchlauf noch einmal so Posit IONiert wurde macht nichts. Es gab keine Vorgabe, wo der Roboter am Ende stehen und in welche Richtung er schauen soll. Wir schreiben dieses Programm noch einmal leicht um und gehen dafür noch einmal ganz an den Anfang zurück. Diese Variate ION des Programms finden Sie in der Datei für Rektangle Variables.java. Wir richten einen Roboter wieder mit denselben Parameterwerten ein und nennen ihn wieder Rex. Zusätzlich zum Roboter Rex richten wir diesmal noch zwei weitere Variable ein. Diese sind nicht wie alle bisherigen Variablen von Klasse Robot, sondern sie sind vom primitiven Datentyp Internationale. Das heißt, jede dieser beiden Variablen kann eine ganze Zahl speichern. Eine positive ganze Zahl, eine negative ganze Zahl oder natürlich auch die Nullte, das entsteht für Integer oder Integral. Was im Englischen unter anderem ganzzahlig heißt Vergleich mit Reket. Wie schon gesagt, müssen Datentypen in Reket nicht hingeschrieben werden. Die beiden Variablen nennen wir Numberuf Streets und Numberuf Avenues. Denn genau diese beiden Anzahlen sollen die beiden Variablen enthalten. Die Anzahl der Streets und Avenues, die das Rechteck umfasst ist, ist Convent ION in Java. Dass der erste Buchstabe eines Variablen namens klein geschrieben wird und ein neues Wort innerhalb eines Variablen namens durch großen ersten Buchstaben angezeigt wird, Vorgriff. Später mehr zu Namens Convent ION, im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen von Java-Programmen vergleicht mit Reket. Bei Reket war Convent ION, dass Identifier keine Großbuchstaben enthalten und einzelne Wörter in einem Identifier durch Bindesterische voneinander getrennt sind. Wir wollten 9 Streets und 10 Avenue füllen. Also setzen wir die beiden Variablen auf den Wert 9 bzw. 10, da das Gleichherzzeichen ist in Java der Zuweisungsoperator. Das heißt, der Variablen auf der linken Seite des Gleichherzzeichens wird der Wert auf der rechten Seite zugewiesen. Die Variablen umberuf Streets speichert also jetzt den Wert 9 und die Variablen umberuf Avnüs den Wert 10. Wir sehen, egal von welchem Typ, Variable werden in Java immer so deklariert, dass zuerst der Typ der Variablen angegeben wird und danach ihr Name. Aber bei der Initialisierung einer Variablen bestehen doch erhebliche Unterschiede, die wir hier erst einmal nur zur Kenntnis nehmen. Bei primitiven Datentypen wie IND reicht es einfach, den Wert auf die rechte Seite des Gleichherzzeichen zu setzen. Robot ist hingegen eine Klasse. Klassen sind komplexer und müssen auch komplexer initialisiert werden. Vorgriff, die Hintergründe sehen wir uns im Kapitel zu objektorientierter Appsteract AON an. Noch einmal dieselben Anweisungen zum Füllen des Rechtecks wie im Programm für Rektangel. Anstelle der Zahlenwerte stehen jetzt die Variablen Namen in den Schleifen. Das Ergebnis ist natürlich exakt dasselbe, aber durch die sprechenden Namen. Numberuf Streets und Numberuf Avnüs Sollte das Programm leichter verständlich sein bei einem so kleinen Programm mag das noch keine Rolle spielen, aber bei Programmen mit mehreren Millionenzeilen ist man beim Lesen und Verstehen des Programms schon froh. Wenn man solche sprechenden Namen anstelle von irgendwelchen Zahlenwerten findet und stellen sie sich vor, die Anzahl der Zeilen ist gleich der Anzahl der Spalten. Wenn Sie nur die Anzahl überall als Zahlenwert hinschreiben, müssen Sie sich auch überall bei der Arbeit mit dem Quelltext erst einmal überlegen. Ob die Anzahl der Zeilen oder die Anzahl der Spalten gemeint ist, wenn Sie nur eins von beidem ändern müssen und das andere so belassen wollen, sind schwer zu findende Fehler in einem größeren Programm kaum vermeidbar. Wir haben bisher unhinterfragt zur Kenntnis genommen, wieso der Kopf einer Vorschleife so kompliziert ist. Jetzt können wir schon mehr verstehen als zu Anfang. Das kennen wir jetzt. Eine Variable namens i vom Typ Int wird eingerichtet und mit dem Wert 0 initialisiert. Das jetzt ist neu. Wir vergleichen zwei Intwerte miteinander. Der Vergleichsoperator macht genau das, was Sie aus der Mathematik erwarten würden. Er liefert true zurück, wenn die Zahl auf der linken Seite echt kleiner als die Zahl auf der rechten Seite ist. Andernfalls liefert er false zurück. Vor jedem Durchlauf der Durchpunkte angedeuteten Anweisungen wird getestet. Ob dieser Vergleich true ergibt? Falls ja, werden die Anweisungen in der Schleife ausgeführt. Falls nein, ist die Schleife zu Ende. Auch das ist neu. Der Wert in der Intvariablen i wird mit Operator++ um 1 erhöht. Und zwar nachdem alle Anweisungen in der Schleife ausgeführt worden sind. Unmittelbar bevor i wieder mit dem Wert auf der rechten Seite des kleiner Zeichens verglichen wird. Alle drei Teile werden immer mit zwei Semikolons voneinander getrennt. Am Anfang hatte i den Wert 0. Das heißt, zu Beginn des ersten Schleifendurchlaufs wird 0 mit 10 verglichen. Am Ende des ersten Schleifendurchlaufs wird der Wert von i um 1 erhöht. Also wird zu Beginn des zweiten Schleifendurchlaufs 1 mit 10 verglichen. Das Ergebnis ist jedes Mal true. Und somit wird die Schleife ausgeführt, bis i den Wert 10 erreicht. Also nach dem zehnten Durchlauf dann liefert den Vergleich Fools und die Schleife bricht wie gewünscht nach 10 Durchläufen ab. Die Vorschleife ist deshalb so kompliziert, weil sie unendlich viel mehr kann als nur einen Wert hochzählen und zu stoppen. Wenn dieser Wert einen anderen Wert erreicht hat Vorgriff, systematisch werden wir die Vorschleife im Kapitel zu Methoden betrachten. Neues Thema, wir variieren jetzt das Beispiel, ein gefülltes Rechteck zu zeichnen. Und zwar so, dass dieses Bild herauskommt. Also ein Schachbrett aus Beepern, wenn man so will. Diesmal wollen wir eine andere Durchlaufstheratege als beim Füllen des Rechtecks implementieren. Dort war der Roboter jedes Tritt von links nach rechts durchgegangen und hat an jeder Kreuzung einen Beeper abgelegt. Danach musste er entsprechend viele Avenue wieder zurück. Ohne dabei etwas zu tun, jetzt soll der Roboter hin und her laufen. Also jede zweite Street von links nach rechts und die jeweils andere Street von rechts nach links. Die Data heißt entsprechend auch Chess.java. Insgesamt brauchen wir 32 Beeper. Wir werden insgesamt viermal hin und her laufen, das heißt, In jedem Durchlauf durch die äußere Schleife erstellen wir zwei unmittelbar untereinander stehende Zeilen des Schachbretts. Das passiert also alles innerhalb dieser viermal durchlaufenden Schleife. Nach der Schleife ist das Programm zu Ende. Hier ist nochmals die äußere Vorschleife, die auch auf der letzten Folie zu sehen war. Um durch alle Avenue des Schachbretts zu gehen, müssen wir acht Schritte vorwärts gehen. In dieser inneren Schleife wird eine Zeile des Schachbretts von links nach rechts, Spalte für Spalte durchlaufen. Die zugehörige zweite Zeile wird danach von rechts nach links durchlaufen. Zudem brauchen wir noch Anweisungen, um den Roboter nach jeder Zeile für einen Durchlauf eines Street höher in umgekehrter Richtung zu justieren. Aber zunächst einmal bleiben wir noch beim Zeilendurchlauf von links nach rechts. Hier kommt etwas Neues. Es soll ja nicht auf jeder Kreuzung ein Beeper platziert werden, sondern nur auf jeder zweiten. Dafür brauchen wir ein Sprachkonsterukt, mit dem wir das Ausführen von Anweisungen von einer Bedingung abhängig machen können. In Java ist die If-Abfrage das sicherlich wichtigste Konsterok dafür. Um ein Schachbrett zu erzeugen, soll die farbig unterlegte Anweisung nur auf jeder zweiten Kreuzung ausgeführt werden. Wir haben schon bei Schleifen gesagt, wenn nur eine einzige Anweisung auszuführen ist, dann kann man die geschweiften Klammern weglassen. Das gilt für If-Abfragen genauso. Hier lassen wir die geschweiften Klammern zur Abwechslung tatsächlich einmal weg. Die Bedingung steht in Klammern hinter dem Wort If nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird ein Beeper abgelegt. Die Klasse Robot hat eine Methode ST-Rate ohne Parameter, die eine ganze Zahl zurückliefert, nämlich die Street, auf der der Roboter gerade in diesem Moment steht, wenn die Methode aufgerufen wird. Analog hat die Klasse Robot eine Methode Avenue zur Abfrage der Avenue, auf der der Roboter momentan steht. Für den Test, ob zwei Werte gleich sind, gibt es diesen Vergleichsoperator in Java. Ein doppeltes Gleichherzzeichen, ein einfaches Gleichherzzeichen haben wir schon mehrfach gesehen. Das einfache Gleichherzzeichen ist der Zuweisungsoperator. Die Summe aus der momentanen Street und der momentanen Avenue des Roboters wird also Modulo 2 genommen und das Ergebnis mit 0 auf Gleichheit getestet. Der Rest einer Divis ION durch 2 kann nur 0 oder 1 sein, ist es 0. Dann ist die Summe ohne Rest durch 2 teilbar. Also eine gerade Zahl ist das Ergebnis der Modulrechnung hingegen 1. Dann ist die Summe eine ungerade Zahl. Der entscheidende Punkt ist, in jedem Durchlauf durch die innere Schleife wird die Avenue um 1 größer. Aber die Street bleibt dieselbe. Die Summe wird also in jedem Durchlauf um genau 1 größer und wechselt daher immer zwischen gerade und ungerade hin und her. Nach einem Durchlauf von links nach rechts steht der Roboter auf der 9. Avenue und schaut nach Osten. Wir müssen ihn jetzt auf die nächsthöhere Zeile boxieren. Und dort muss er auf der 8. Avenue stehen und nach Westen schauen. Um dann die nächste Zeile exakt analog von rechts nach links zu durchlaufen. Nach allem, was wir bisher gesehen haben, können Sie sich leicht selbst davon überzeugen, dass diese vier Anweisungen zusammen genau das leisten. Der Durchgang durch die nächste Zeile von rechts nach links ist Zeichen für Zeichen völlig identisch zum Durchgang. Soeben von links nach rechts machen Sie sich klar. Auf der nächsten Zeile ist die Street um genau 1 größer. Das heißt, in den Avenue, bei denen die Summe in einer Street gerade ist, ist sie in der nächsten Street ungerade. Und umgekehrt daher sind die Beeper-Muster zweier aufeinander folgender Zeilen genau um 1 versetzt, was ja auch die Logik eines Schachbretts ist. Am Ende eines Durchlaufs von rechts nach links steht der Roboter in der ersten Avenue und schaut nach Westen. Um analog zu eben müssen wir den Roboter auf die nächste Street buxieren, sodass er auf der ersten Avenue steht und nach Osten schaut. Offensichtlich ist das völlig identisch zu eben. Nur dass Linksdrehung durch Rechtsdrehung ersetzt werden muss. Rechtsdrehung simulieren wir durch dreimal Linksdrehung. In diesem Abschnitt sehen wir nicht allzu viel Neues, sondern ein etwas komplexeres, durchaus schon realistisches Anwendungsbeispiel für das bisher Gesehene, was neu ist. In der Carriagey World kann man Wände errichten, das sind Barrikaden, die entweder über mehrere Avenue hinweg zwischen zwei Streets oder über mehrere Streets hinweg zwischen zwei Avenue stehen. Ein Roboter kann eine solche Wand nicht überwinden, aber er kann sie vorher erkennen und dadurch vermeiden. In diesem Beispiel sind die Wände so platziert, dass sie so etwas wie ein geschlossenes Zimmer bilden. Auf dieser Folie werden erst einmal die fünf Wände des Zimmers von der letzten Folie platziert, die in Nord-Süd-Richtung verlaufen, also zwischen zwei Avenue sowie die Klasse Robot, ist auch die Klasse World im Carriagey-Paket vordefiniert. Bis jetzt haben wir nur Methoden gesehen, die mit einer Variable in einer Klasse aufgerufen werden. Zum Beispiel mit der Variable Karel oder Karel2 im einführenden Programmbeispiel. Später hießen unsere Variablen Ari und Rex. Wir nehmen hier erst einmal nur zur Kenntnis, dass es auch Methoden gibt, die stattdessen mit dem Namen der Klasse aufgerufen werden. Mit dieser Methode werden nun die fünf Wände in Ost-West-Richtung platziert, also zwischen zwei Streets. Zu beachten ist, dass der erste Parameter hier die Street angibt, nördlich der die Wand verläuft. Der zweite Parameter ist dann die westlichste blockierte Avenue. Und der dritte Parameter gibt wieder die Länge an, also wie viele Avenue insgesamt blockiert werden. Der Roboter wird irgendwo in diesem Zimmer in irgendeiner Richtung platziert und weiß nicht, wie das Zimmer aussieht, also wo die einzelnen Wände stehen und wo zusammenstoßende Wendeecken bilden. Die Aufgabe des Roboters ist, auf jeder Kreuzung im Zimmer genau einen Beeper abzulegen, wo der Roboter am Ende steht und wohin er dann schaut. Ist egal in stark vereinfachter Form ist das genau die Aufgabe. Vor die beispielsweise Sorgroboter oder Rasenmäherroboter gestellt sind, nämlich eine unbekannte Fläche ganz zu durchlaufen. Die Idee ist, dass der Roboter zuerst zu einer konvexen Ecke des Zimmers läuft und dann immer an der Wand entlang läuft. Der Begriff konvex bedeutet, dass die Ecke nicht in den Raum, sondern in das Äußere hineinragt. Auf jeder Kreuzung, die der Roboter durchläuft, legt er einen Beeper ab. Hier sehen Sie einen Schnappschuss nach den ersten 21 Vorwärtsschritten. Der erste Startpunkt war die konvexe Ecke rechts unten und einen zweiten Schnappschuss nach 65 Schritten. Sobald der Roboter die ganze Wand des Zimmers entlang gelaufen ist und auf eine Kreuzung mit Beeper stößt, soll er natürlich keinen weiteren Beeper dort ablegen, sondern sich weiter ins Innere orientieren. Das heißt, der Roboter läuft in gewissem Sinne immer an einer Art Rand entlang. Der Rechts von ihm ist dieser Rand wird in den ersten Schritten durch Wände gebildet, in den weiteren Schritten durch Kreuzungen mit Beepern. Das läuft darauf hinaus, dass Roboter in einer Art Spirale immer immer weiter ins Innere des Zimmers hineinläuft. Er beendet seinen Lauf genau in dem Moment, wenn er auf keine freigebliebene Kreuzung mehr ziehen kann, also wenn alle vier benachbarten Kreuzungen mit Beepern besetzt sind. Der einfache Algorithmus, den Sie jetzt in Act.io angesehen haben und den wir auf den nächsten Folien implementieren werden, funkt.io niert allerdings nur, wenn das Zimmer gewisse Voraussetzungen erfüllt. Zunächst einmal darf es keine Engpässe wie in diesem Zimmer geben. Sie sehen das Problem, irgendwann ist der Engpass mit Beepern blockiert. Und der Roboter kommt nicht mehr auf die andere Seite hinüber, um dort noch die restlichen Kreuzungen zu füllen. Begrifflich lässt sich das so fassen, wenn wir die Kreuzungen so nach ihrer Distanz von der Zimmerwand in Ketten zerlegen, dann ist das Problem, dass die Kreuzungen einer bestimmten Distanz nicht eine zusammenhängende Kette bilden, sondern mehrere separate in diesem konkreten Fall zerfallen die Kreuzungen mit Distanz 2 in zwei separate Ketten. Die Art von Zimmern, mit denen unser Algorithmus auf jeden Fall fertig wird, sehen so aus, mehrere ineinander geschtelte Distanzketten, so dass alle Kreuzungen derselben Distanz auf einer einzigen Kette liegen und jede Distanzkette von der jeweils nächstinneren an jeder Stelle nur einen horizontalen, vertikalen oder diagonalen Schritt entfernt ist. Denn wenn ein Zimmer diese Bedingung erfüllt, dann kann man einfach eine beliebige konvexe Ecke des Zimmers hernehmen und so wie hier gezeigt die Distanzketten zu einer Spirale umbauen, die jede einzelne Kreuzung im Zimmer genau einmal durchläuft. Hier sehen Sie ein Zimmer, das diese Bedingung nicht erfüllt. Der angekreiste Abschnitt der ersten Distanzkette ganz rechts ist ein Stück von der zweiten Distanzkette entfernt und die beiden angekreisten Abschnitte der zweiten Distanzkette sind ebenso ein Stück von der dritten Distanzkette entfernt. Startet der Durchlauf nun in einem der angekreisten Bereiche wie etwa ganz unten, dann lassen sich nur die ersten beiden Distanzketten zu einer Spirale umbauen. Die dritte Distanzkette ist nicht erreichbar. Der Algorithmus, der den Roboter entlang dieser Schleife laufen lässt, wird die Kreuzungen auf der dritten Distanzkette nicht aufsuchen. Würde die Ecke im selben Beispiel hingegen dort gewählt werden, wo die Bedingung LOK all erfüllt ist, dann hätte der Algorithmus auch bei diesem Beispiel funktioniert. Da wir den Algorithmus hier simpel halten wollen, versuchen wir weder geeignete Startecken zu finden, noch mit Zimmern klar zu kommen, in denen es keine geeigneten Startecken gibt, sondern akzeptieren, dass Zimmer, die die hier nochmals angedeutete Bedingung nicht erfüllen, nicht unbedingt vollständig mit Piepern gefüllt werden Erinnerung an Rigit. Genau dafür gibt es Verträge, wenn der Nutzer der Methode ein Zimmer eingibt, dass die Bedingung überall erfüllt, dann, und nur dann, muss die Methode ein korrektes Ergebnis liefern. Noch ein Punkt ist zu beachten, damit sich eine richtige Spirale ergibt, auf der jede Kreuzung genau einmal durchlaufen wird, darf keine Distanzkette quasi auf sich selbst verlaufen, wir hier die zweite Distanzkette im angekreisten Bereich. Denn dann funkt ION jetzt die Konst der Roktaio in der Spirale genau an dieser Stelle nicht. Selbst wenn die Starteckel geeignet gewählt ist. Und genau an dieser Stelle beendet dann der Roboter seinen Lauf. Obwohl anderswo noch Kreuzungen unbesucht geblieben sind, auch das muss daher in den Vertrag der Methode. Bevor wir an die Implementat ION des Algorithmus gehen, schauen wir uns schnell noch ein weiteres, etwas komplexeres Zimmer an, das die Bedingung ebenfalls erfüllt. Jede Kreuzung ist nur einen horizontalen, vertikalen oder diagonalen Schritt von der nächstinneren Distanzkette entfernt, so dass sich auch hier von einer beliebigen konvexen Startecke aus eine Spirale konsteruieren lässt, die alle Kreuzungen genau einmal durchläuft. Schnappschuss nach 21 Schritten, Schnappschuss nach 65 Schritten und Ende des Algorithmus, alle Kreuzungen sind besucht worden. Wir kommen jetzt zu Implementat ION der Algorithmus. Der erste Schritt ist, den Roboter in irgendeine Konvex-Ecke zu boxieren. Egal welche anders gesagt, soll der Roboter zu einer Kreuzung kommen. So dass genau neben der Kreuzung sowohl die Street als auch die Avenue jeweils in einer ihrer beiden Richtungen durch Wände blockiert sind. Die genaue Himmelsrichtung der Ecke ist egal. Da der Roboter zu Beginn zufällig nach Süden zeigt, geht er mit der Schleife, die wir gleich implementieren werden, im Zickzack Richtung Südosten vor, solange er nicht in einer konvexen Ecke gelandet ist. Findet sich immer eine Möglichkeit, nach Süden oder Osten weiter zu gehen. Der Roboter kommt also erst dann nicht mehr weiter. Wenn er dort ist, wo er hin soll, würde der Roboter zu Beginn nicht nach Süden, sondern beispielsweise nach Westen zeigen, dann wäre er im Zickzack nach Südwesten gelaufen. Analog die anderen beiden Himmelsrichtungen. Der Code zum Navigieren zu einer Ecke besteht im Wesentlichen aus einer Waldschleife, in jedem Durchlauf durch die Schleife geht der Roboter entweder einen Schritt vorwärts oder macht eine Drehung. Auf dieser Folie lassen wir aus Platzgründen noch ein paar Details aus, die wir anschließend nachtragen. Wir hatten schon einen ersten primitiven Datentyp kennengelernt, nämlich in für ganze Zahlen. Hier lernen wir nun einen zweiten primitiven Datentyp kennen. Der Datenüboleian ist nach einem Mathematiker namens George Bole benannt, der im 19. Jahrhundert intensiv zur mathematischen Logik gearbeitet hat. Der Datentyp Boleian hat nur zwei Werte, zwei symbolische Werte, True und False, also wahr oder falsch. Wir werden häufig sagen, dass das Boole-Sierci-Werte sind. Wir haben schon die Methode an die Beepers in Beeperback von Klasse Robots sowie an paar in Java eingebaute Vergleichsoperatorien gesehen. Die True oder False zurückliefern ab jetzt können wir genauer sagen, sie liefern einen Wert vom Typ Boleian zurück. Sie sind Boole-Sierci-Wert, hat ebenfalls Boole-Sierci-Werte, Hashmark-T und Hashmark-F für True und False. Für die Fortsetzungsbedingung wenden wir einen Trick an, der einem beim Programmieren häufig das Leben einfacher macht. Statt wie bisher die Fortsetzungsbedingung direkt in die runden Klammern hinter dem Schlüsselwort-File hin einzuschreiben, speichern wir in einer Variablen, ob die Schleife fortgesetzt werden soll oder nicht, wenn wir dann irgendwo mitten im Schleifendurchlauf auf eine Situate-Io entstoßen, in der wir feststellen, dass wir die Schleifen nach diesem Durchlauf beenden sollten. Dann setzen wir Dortboard-Finished auf False. Am Beginn des nächsten Schleifendurchlaufs wird die Fortsetzungsbedingung getestet und liefert dann False, und die Schleife ist wie gewünscht beendet. Jedes Mal, wenn der Roboter an eine Wand kommt, muss er seine Richtung wechseln, und zwar immer abwechselnd. Mal eine Linksdrehung, danach eine Rechtsdrehung und umgekehrt eine zweite Boole-Sierge-Variable sagt uns in jedem Durchlauf, ob die nächste Drehung eine Linksdrehung sein soll. Nach jeder Drehung muss sie natürlich von True auf False beziehungsweise von False auf True gesetzt werden, damit die Drehungen immer hysterikt abwechselnd sind. Solange der Roboter nicht vor einer Wand steht, soll er in diesem Schleifendurchlauf einen Schritt vorwärts machen. Wir haben schon eine Methode von Klasse Robot kennengelernt, die einen Bullshin-Wert zurückliefert. Das war die Methode an die Beepers in Beeperback. Die Methode Front is Clear liefert ebenfalls einen Bullshin-Wert, also True oder False zurück, und zwar genau dann False, wenn zwischen der Kreuzung, auf der der Roboter steht, und der nächsten Kreuzung in der momentanen Blickrichtung des Roboters eine Wand steht. Das haben wir bisher noch nicht gesehen, falls die Bedingung in der If-Abfrage True ist, falls der Roboter also nicht vor einer Wand steht, dann wird der Aufruf von Move ausgeführt, und die Anweisungen, die zum Else gehören und hier erst einmal nur durch Punkte angedeutet sind, werden übersprungen und anderenfalls wird der Aufruf von Move übersprungen, und nur die Anweisungen, die zum Else gehören, werden ausgeführt. Das ist jetzt der Else-Block, also die Anweisungen, die in dem Falle ausgeführt werden, dass die If-Abfrage False liefert, also der Roboter auf dem Weg zu einer Ecke, vor einer Wand steht. Im Else-Fall muss der Roboter sich drehen, und zwar abhängig vom momentanen Wert der Bullshit-Variable Next Turn Left ist der Wert von Next Turn Left momentan True, dann dreht sich der Roboter nach links, sonst dreht er sich nach rechts, also dreimal nach links. Das ist neu, das Ausrufezeichen dreht den Wahrheitswert des Ausdrucks, der danach kommt, um, macht also False zu True und True zu False. Der momentane Wert von Next Turn Left kehrt sich also gerade um. Falls er vorher True war, wird der Variable Next Turn Left durch diese Zuweisung der Wert False zugewiesen. Falls er vorher False war, wird der True zugewiesen. Das ist auch genau richtig, denn wir wollen ja, dass sich nach jeder Drehung die Drehrichtung umkehrt. Wann ist der Roboter an einer konvexen Ecke angelangt? Wie wird das erkannt? Die Erkennung ist ganz einfach. Wenn der Roboter sich dreht, weil er auf eine Wand schaut, und nach der Drehung, also an der farbig unterlegten Stelle im Programm, wieder auf eine Wand schaut, dann ist er in einer konvexen Ecke. In diesem Fall setzen wir Bot Finished auf False. Das ist die letzte Anweisung in der Schleife. Das heißt, das Nächste, was danach passiert, ist das Testen der Fortsetzungsbedingung. Dieser Test liefert False. Die Schleife bricht also unmittelbar danach ab. Was ja auch richtig ist, denn wir sind ja in einer konvexen Ecke angelangt. Jetzt schaut der Roboter aber immer noch auf eine Wand, um seinen Durchlauf durch das Zimmer zu beginnen. Wissen wir ihn erst zu drehen, dass er wie auf dem Bild eine Wand rechts neben sich und die andere Wand hinter sich hat? Je nachdem, auf welche der beiden Wände der Roboter schaut. Wissen wir ihn also einmal oder zweimal nach links drehen, der wir nicht wissen? Ob einmal oder zweimal, lösen wir das mit einer Waldschleife, die den Roboter einmal oder zweimal dreht, eben abhängig von der Wand, auf die er schaut. Danach ist der Roboter bereit für die Schleife. Das ist das Grundgerüst der Schleife, eine Waldschleife, die so lange läuft, bis der Roboter fertig ist. Wir hatten eben schon einmal den Trick gesehen. Die Fortsetzungsbedingungen, eine Bool-Sierge-Variable auszulagern, dieser Trick wird uns auch jetzt, beim Füllen des Zimmers mit Piepern, das Leben wieder leichter machen. In jedem Durchlauf der Waldschleife steht der Roboter zu Beginn auf einer Kreuzung ohne Pieper, legt als erstes einen Pieper ab und macht dann einen Vorwärtsschritt. Der Vorwärtsschritt gestaltet sich etwas komplizierter. Das passt nicht auf diese Folie, wir schauen ihn uns auf den nächsten Folien schrittweise an. Wir müssen verschiedene Fälle betrachten und jeweils behandeln. Es kann sein, wie in diesem Schnappschuss, dass der Roboter weder nach rechts noch geradeaus gehen soll, weil entweder eine Wand im Weg steht oder die nächste Kreuzung schon einen Pieper hat, dann soll der Roboter eben als nächstes nach links gehen. Dieselbe Situation im zweiten Beispiel, irgendwo mitten im Algorithmus, auch hier geht es nur nach links weiter. Oder es geht zwar rechts nicht weiter, aber in Vorwärtsrichtung ist weder eine Wand noch ein Pieper auf der nächsten Kreuzung. In diesem Fall soll der Roboter ohne Drehung vorwärts gehen. Hier wieder ein Schnappschuss vom ersten Zimmer mit diesem Pfeil und ein eben solcher Schnappschuss vom zweiten Beispiel. Und wenn es sogar rechts weitergeht, dann geht der Roboter als nächstes eben nach rechts. Egal was geradeaus oder links ist, wieder zuerst das erste Zimmer und das zweite Zimmer. Was passiert, wenn es weder nach rechts noch nach links noch geradeaus weitergeht? Dann geht es für den Roboter also in keiner Richtung mehr weiter. Natürlich auch nicht zurück, denn von dort kommt der Roboter gerade her. Also hat er dort im letzten Durchlauf durch die Waldschleife einen Pieper abgelegt. In diesem Fall soll die Schleife beendet sein. Genau das ist also der Moment, in dem die bool-scr-g-variable-bot-finished auf False zu setzen ist, um anzuzeigen, dass der Roboter fertig ist. Wenn wir gleich noch das vollständig implementieren, was wir hier noch mit Punkten bezeichnet haben, werden wir sehen, dass die Ausführung des Java-Programms zu der Zuweisung von False an Botfinished nur dann kommt, wenn es in keine der drei Richtungen weitergegangen ist. Und genau das ist ja auch richtig. Diese Zuweisung ist die allerletzte Anweisung in der Schleife. Als nächstes wird die Fortsetzungsbedingung geprüft. Aber jetzt liefert sie eben False, und die Schleife ist wie gewünscht beendet. Jetzt gehen wir daran, alle diese Fälle zu implementieren. Wir halten uns an die Reihenfolge, in der die Fälle zu berücksichtigen ist. Die erste Fallentscheidung ist dann die, ob es rechts weitergeht. Denn wenn es so ist, soll der Roboter unbedingt nach rechts gehen, egal wie die Situat.io an links und geradeaus ist. Das ist der gesamte Code für den Fall, dass es nach rechts weitergeht. Damit der Roboter die Situat.io an rechts von ihm prüfen kann, muss er sich erst einmal nach rechts wenden, was wie üblich durch drei Linksdrehungen erreicht wird. Als erstes ist die Frage zu klären, ob dort eine Wand steht oder nicht. Falls nicht, geht der Roboter einen Schritt nach rechts. Um dort zu klären, ob auf der Kreuzung ein Beeper ist, auch die Methode Nextdoor Beeper ist Bulls, sie liefert genau dann True zurück. Wenn auf der Kreuzung, auf der der Roboter steht, mindestens ein Beeper liegt durch das Ausrufezeichen, liefert die If-Abfrage also genau dann True. Wenn der Roboter auf einer Kreuzung ohne Beeper steht, das ist neu, wenn tatsächlich kein Beeper auf dieser Kreuzung ist, dann wird diese Anweisung aufgerufen, die Continue Anweisung dieser Anweisung ist in Java eingebaut und beendet diesen Durchlauf der Schleife. Das heißt, es geht dann gleich mit der Auswertung der Fortsetzungsbedingungen weiter. Und alles, was eigentlich noch an Anweisungen in der Schleife kommt, wird übersprungen. Das ist hier auch absolut sinnvoll. Denn wenn die Ausführung des Java-Programms durch die beiden If-Abfragen hindurch bis zur Continue Anweisung kommt, ist der Roboter einen Schritt nach rechts gegangen und hat festgestellt, dass hier kein Beeper ist. Also steht er genau da, wo er in diesem Durchlauf hinkommen soll. Und er schaut auch noch in die richtige Richtung. Daher ist in diesem Schleifendurchlauf in diesem Fall nichts mehr zu tun. Und es ist absolut richtig, alles, was in diesem Schleifendurchlauf noch folgt, einfach mit Continue zu überspringen. Die ersten vier Zeilen auf dieser Folie sind noch einmal die letzten vier Zeilen auf der vorangegangenen Folie, die wir eben ausgiebig besprochen hatten. Wenn diese Kreuzung nun doch einen Beeper hat, die Continue-Auweisung also nicht ausgeführt wird, muss der Roboter zur Ausgangskreuzung dieses Schleifendurchlaufs zurück. Um von dort aus zu schauen, ob es geradeaus weitergeht, das erledigen die drei farblich unterlegten Schritte. Wendung um 180 Grad und einen Schritt vorwärts. Als nächstes ist zu prüfen, ob es in die alte Geradeausrichtung vorangeht. Dazu muss der Roboter sich nach rechts drehen, also wieder dreimal nach links. Wir müssen aber auch an den Fall denken, dass der Roboter gar nicht von der Ausgangskreuzung dieses Durchlaufs nach rechts gegangen ist, weil rechts halt eine Wand steht. In diesem Fall braucht er eine einzige Linksdrehung, um wieder in die alte Vorwärtsrichtung zu schauen. Und jetzt macht der Roboter genau dasselbe noch einmal wie eben der einzige Unterschied ist, dass der Roboter jetzt nicht mehr nach rechts schaut, von der alten Vorwärtsrichtung aus gesehen, sondern nach vorne im Code gibt es keinen Unterschied, die Richtung spielt keine Rolle. Und auch hier wieder genau dieselbe Logik. Wenn der Roboter nicht auf eine Wand schaut und die nächste Kreuzung in Vorwärtsrichtung noch keinen Beeper hat, dann bleibt der Roboter einfach auf dieser nächsten Kreuzung mit seiner momentanen Richtung stehen, und dieser Durchlauf durch die Wallschleife kann wieder vorzeitig mit Continue beendet werden. Und auch das, was dann weiter passiert, falls das Continue nicht ausgeführt wird, ist wieder exakt derselbe Code. Falls der Roboter einen Schritt von der Ausgangskreuzung dieses Durchlaufs weggegangen ist, muss er wieder zu dieser zurück und sich dann nach rechts, also dreimal nach links wenden. Anderenfalls war der Roboter auf der Ausgangskreuzung stehen geblieben und muss sich nur einmal nach links drehen, sonst nichts. Und nun im Prinzip noch einmal dasselbe Vorgehen, um auch die dritte Richtung zu prüfen. Allerdings gibt es jetzt einen Unterschied in dem Fall, dass es auch in dieser Richtung nicht mehr weitergeht. Dann sind also drei Richtungen erfolglos geprüft worden. Die vierte Richtung, aus der der Roboter im letzten Schleifendurchlauf gekommen war, braucht nicht geprüft zu werden. Denn dort hatte der Roboter ja im letzten Schleifendurchlauf einen Beeper abgelegt. Es ist also genau der Fall eingetreten, in dem der Algorithmus beendet werden, soll wie schon gesagt, ist dies die allerletzte Anweisung in der Schleife. Danach wird sofort als nächstes wieder die Fortsetzungsbedingung geprüft. Diese ergibt jetzt Fouls. Und somit ist die Schleife wie gewünscht zu Ende. Wir müssen immer Ausschau nach Sonderfällen halten. In diesem Fall ist der allererste Schleifendurchlauf ein Sonderfall. Im ersten Schleifendurchlauf ist der Roboter nämlich nicht von einer Kreuzung mit Beeper gekommen. Das heißt, unser Argument, dass wir nicht in die vierte Richtung zurückschauen müssen, weil der Roboter da eh im letzten Schleifendurchlauf einen Beeper abgelegt hat. Stimmt beim allerersten Schleifendurchlauf nicht, aber beim ersten Schleifendurchlauf steht der Roboter in einer Ecke und damit im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Rücken zur Wand. Und also brauchen wir uns auch in diesem Fall nicht um die Rückrichtung zu kümmern. Noch einmal Glück gehabt, zwar eine kleine Lücke in der Argumentat ION. Warum der Algorithmus korrekt ist, aber keine Lücke im Algorithmus. Selbst solche kleinen Lücken können bei Programmen, die Arbeiten mit hoher Verantwortung verrichten, katastrophale Konsequenzen haben, wenn sie nicht rechtzeitig entdeckt und behoben werden. Zum Abschluss dieses Abschnitts machen wir uns klar, dass diese Schleife zum Drehen des Robots nie endet. Falls der abgegrenzte Raum aus nur einer Kreuzung besteht, in diesem Fall verläuft die Distanzkette aber auf sich selbst. Und diesen Fall hatten wir schon vorher ausgeschlossen. Der entspricht nicht dem Vertrag, daher muss dieser Fall nicht in der Methode abgefangen werden. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und verwenden nicht einen oder zwei einzelne Roboter, sondern ein ganzes Array von Robotern, das sind mehrere Roboter auf einmal, die mit unterschiedlichen Nummern angesprochen werden. Die Datei ist Array.java. Das sind die ersten vier Anweisungen des Beispiels, das Sie in Array.java finden. Dem Array geben wir den Namen Robots, also Plural, um schon im Namen anzudeuten, dass es sich um mehrere Roboter handelt. Der Typ der variablen Robots soll jetzt nicht Robot sein, sondern Array von Robot. Robot ist nur der Typ der einzelnen Komponenten des Arrays. Dafür müssen eine öffnende und eine schließende eckige Klammer hinter den Namen des Komponententyps geschrieben werden. Auch ein Objekt von einem Array-Typ muss mitten erzeugt werden, wie wir es schon mehrfach beim Klassentyp Robot gesehen haben. Bis auf weiteres nehmen wir das einfach in Vorgriff. Die Hintergründe dafür schauen wir uns später im Kapitel zu objektorientierter Appstheragd.aon an. Hinter New geben wir bei einem Array nicht nur den Komponententyp an, sondern danach in eckigen Klammern noch die Anzahl der Komponenten, die das Array haben soll. Hier wird das Array also drei Roboter enthalten. Wie eingangs gesagt, kann man auf die drei Roboter im Array-Robots mittels ihrer Nummern zugreifen. Diese Nummern werden Rendezys genannt. So nennen wir sie auch im Weiteren. Hinter dem Namen des Arrays steht der Index des einzelnen Roboters wieder in eckigen Klammern dringend zu beachten ist. Dass der erste Index eines Arrays in Java niemals 1, sondern immer 0 ist. Bei einem Array mit drei Komponenten gibt es also die Indizes 0, 1 und 2, aber es gibt nicht den Index 3. Jeden einzelnen Roboter müssen wir erst einmal wieder mit New erzeugen, wie wir es bisher immer schon gemacht haben. In diesem kleinen Beispiel werden also drei Roboter erzeugt, die auf verschiedenen Kreuzungen stehen, in verschiedene Richtungen schauen und jeweils vier Beeper haben. In unserem kleinen Beispiel lassen wir viermal jeden der drei Roboter einen Beeper ablegen und dann einen Schritt vorwärts machen. Damit allen drei Robotern exakt dasselbe gemacht wird, kann man auch eine Schleife über die Indizes des Arrays laufen lassen. Die innere Schleife durchläuft alle Indizes des Arrays-Robots. Also 0, 1 und 2. In jedem Durchlauf der inneren Schleife wird ein anderer der drei Roboter angesprochen. Mit der invariablen J, die an der inneren Schleife alle Indizes des Arrays nacheinander durchläuft, kann nun in den Anweisungen auf den Roboter am aktuellen Index J zugegriffen werden. Die innere Schleife benötigt geschweifte Klammern. Da zwei Anweisungen zu ihr gehören, Ablegen eines Beepers und Vorwärts schritt die gesamte innere Schleife ist eine einzige Anweisung. Und zwar die einzige Anweisung der äußeren Schleife. Da die äußere Schleife also nur eine Anweisung hat, benötigt sie keine geschweiften Klammern. Der Fall, dass alle Komponenten eines Arrays in aufsteigender Reihenfolge ihrer Indizes in einer Vorschleife durchlaufen werden sollen, ist so häufig und wichtig, dass man sich bei der Weiterentwicklung von Java irgendwann entschieden hat, für diesen Fall eine Kurzform der Vorschleife in Java einzurichten, die genau dasselbe tut wie die Normalform der Vorschleife. Auf der letzten Folie in dieser Kurzform gibt man den Komponententyp und einen neuen Namen an. Nach dem Doppelpunkt dann noch den Namen des Arrays. Es bleibt dabei, dass die Schleife so viele Durchläufe hat wie das Array-Komponenten, einen für jeden der Indizes. Mit dem Ausdruck auf der linken Seite des Doppelpunktes wird eine Variable namens Karel von Klasse Robot eingerichtet. In jedem Durchlauf der Schleife wird Karel einer der Roboter am Array-Robot zugewiesen. In aufsteigender Reihenfolge der Indizes jetzt kann man einfach die aktuelle Array-Komponente dieses Durchlaufs durch den Namen Karel ansprechen. Die aktuelle Komponente ist wieder im ersten Durchlauf, auf die an Index 0, im zweiten die an Index 1 und im dritten die an Index 2. So sieht die Situat ION unmittelbar nach Einrichtung der drei Roboter aus, also unmittelbar vor Beginn der äußeren Vorschleife. Und so sieht die Situat ION nach einem Durchlauf durch die äußere Vorschleife aus. Jeder der drei Roboter hat einen Beepo an der Kreuzung abgelegt, auf den er ursprünglich platziert wurde, und ist dann einen Schritt in seiner jeweiligen Richtung gegangen. Das ist die finale Situat ION nach dem Ende der äußeren Vorschleife. Also nach vier Durchläufen viermal hat jeder Roboter einen Beepo abgelegt und einen Schritt vorwärts gemacht. Wir zeichnen wieder ein Schachbrett, aber diesmal mit einem separaten Roboter für jede Zeile dieser Roboter sind wieder die Komponenten eines Arrays von Klasse Robot. Die Datei ist ChessArray.java. Und das wird das Ergebnis sein, wieder das Schachbrett wie zuvor, aber jetzt acht Roboter, je einer für jede Zeile. Jeder Roboter geht achtmal von links nach rechts vorwärts und legt dabei insgesamt vier Beepo ab. Wie angekündigt, re-implementieren wir unser Schachbrett-Zeichenprogramm also nun mit einem Array von Robotern. Jede Zeile soll von einem separaten Roboter bearbeitet werden. Wir brauchen also ein Array von insgesamt acht Robotern. Dass jeder Roboter für eine Zeile zuständig ist, wird hier im Namen des Arrays schon angedeutet. Mit dieser Schleife durchlaufen wir alle acht Zeilen, wobei wir aufpassen müssen, da die Indizes eines Arrays ja immer mit 0 beginnen. Daher muss der Roboter an Array-Index 0 für die erste Street zuständig sein, der Roboter an Array-Index 1 für die zweite Street und so weiter. Für jede Zeile richten wir also einen Roboter ein, der in seiner Zeile natürlich genau vier Beepo ablegt. In der ersten Spalte des Schachbretts, also in der zweiten Avenue steht und nach Osten schaut, um seine Zeile von links nach rechts zu durchlaufen. Aber wie gesagt, die Street, auf der der Roboter laufen soll, hat eine Nummer, die um 1 größer ist als der Index des Roboters. Wieder der primitive Datentyp boolean, den wir schon bei dem Roboter kennengelernt haben, der das Zimmer mit Beepern gefüllt hat. Eine Variable vom Typ boolean kann man durch einen Ausdruck initialisieren, der entweder True oder False liefert, sowie diese Test auf Gleichheit. Entweder ist die Plus 1 ohne Rest durch 2 teilbar oder eben nicht im ersten Fall wird die Variable Beeper to Beepot durch diese Zuweisung auf True gesetzt. Im zweiten Fall auf False von Zeile zu Zeile wechseln True und False sich in Beeper to Beepot also ab. Jeder Roboter soll achtmal vorwärts gehen und dabei an jeder einzelnen Avenue entscheiden, ob er einen Beeper ablegt oder nicht. Die boolean Variable Beeper to Beepot ist genau dann True, wenn an der aktuellen Kreuzung, wie der Name schon sagt, ein Beeper abzulegen ist. Der initiale Wert der Variablen Beeper to Beepot wird in der momentanen Avenue benutzt, um jeweils zu entscheiden, ob in dieser Avenue ein Beeper abzulegen ist oder nicht. Schlussendlich muss noch dafür gesorgt werden, dass die boolean Variable Beeper to Beepot nach jedem Vorwärtsschritt ihren Wert wechselt. Also von True auf False bzw. von False auf True geht eine analoge Zeile haben wir schon beim Füllen des Zimmers gesehen. Durch das Ausrufzeichen wird der boolean Variable Wert von Beeper to Beepot umgedreht. Und dieser umgedrehte Wert wird wieder in Beeper to Beepot gespeichert. Und wie wir schon gesehen haben, sieht das Endergebnis so aus. Als nächstes schauen wir uns ein erstes Beispiel dafür an, wie man eigene Roboterklassen definieren kann, die mehr können als Klasse-Robot selbst. Die Datei ist symtuner.java. Wir wollen die neue Klasse symtuner so realisieren, dass wir ganz normal eine Variable davon einrichten und so wie bisher initialisieren können. Mit Street, Avenue, Richtung und Anzahl Beepern. Außerdem wollen wir, dass Klasse-Symtuner alle Methoden hat, die auch Klasse-Robot zur Verfügung stellt, und zwar in genau derselben Form. Aber wir wollen auch, dass Symtuner noch eine weitere Methode hat, die die Klasse-Robot nicht hat. Eine Methode, die wir in früheren Beispielen schon gut hätten gebrauchen können. Eine Methode zum Rechtsdrehen, die völlig analog zu Turn-Left sein soll. Nur eben umgekehrte Richtung. Schauen wir uns diese vier Anweisungen nochmals einzeln im Bild an. Hier wird ein Roboter von Klasse-Symtuner eingerichtet. Alles soll so sein wie bei Klasse-Robot, wenn dieselben vier Parameterwerte eingesetzt werden. Auch das Verhalten des Roboters bei Aufruf von Turn-Left soll exakt dasselbe wie bei Klasse-Robot sein. Genauso bei Methode Move. Die neue Methode Turn-Ride, die wir für Symtuner erst noch zu implementieren haben, soll das leisten, was man sich denken würde, nämlich analog zu Turn-Left nach rechts statt nach links zu drehen. Das ist die vollständige Definite-Ao in dieser Klasse-Symtuner. Wie man sieht, ist sie recht klein und überschaubar. Das liegt daran, dass sie ihre Funkt-Ionalität im Wesentlichen von Klasse-Robot einfach übernimmt. Auch das Zeichnen in die Kare J-World wir sagen, Symtuner erbt alle diese Funkt-Ionalität von Robot. Jetzt beginnen wir, die einzelnen Bestandteile des Rahmens zu verstehen, den wir bisher immer nur hingenommen und ignoriert haben. In einer Datei kann es mehrere Klassen geben. Nur bei einer davon darf vorne das Schlüsselwort Public stehen. Diese eine Klasse ist nach außen sichtbar und die Datei muss den selben Namen wie diese Klasse haben. Schlüsselwort Class zeigt an, dass wir hier eine neue Klasse definieren wollen. Mit Schlüsselwort Extens und Klassennamen Robot sagen wir, dass die neue Klasse Symtuner von der Klasse Robot abgeleitet werden soll. Dadurch erbt Klasse Symtuner. Wie gewünscht alle Attribute und Methoden von Klasse Robot. Wir haben vier Attribute von Klasse Robot gesehen. Street, Avenue, Richtung und Anzahl Beeper. Nur diese vier Attribute sind in der Klasse Robot versteckt. Wir haben aber gesehen, dass sie sich durch Methoden der Klasse Robot abfragen lassen. Genauso wie Attribute und Methoden für Robot verfügbar sind, sind sie auch für Symtuner verfügbar und auch die interne. Für uns unsichtbare Verknüpfung mit der Karel J-World wird mit verabbt. Sodass die Roboter unsere neuen Klassen wie gewünscht in der Karel J-World herumlaufen können. Die ganze Klasse Definit ION ist wieder in geschweiften Klammern. Das kennen wir ja schon von Schleifen und If-Abfragen. Bei einer Klasse Definit ION dürfen die geschweiften Klammern allerdings niemals weggelassen werden. Neben den von Klasse Robot ererbten Methoden soll Klasse Symtuner ja auch eine Methode Dernreit haben. Die Klasse Robot nicht hat. Hier implementieren wir diese Methode. Die Anweisungen, die in dieser Methode auszuführen sind, sind wie gehabt wieder in geschweiften Klammern. Geschweifte Klammern mit Anweisungen bezeichnet man als Rumpf der Methode. Im englischen Body die Methode Dernreit hat zwar nur eine Anweisung. Eine Schleife, aber die geschweiften Klammern um einen Methodenrumpf müssen auf jeden Fall immer sein. Wie üblich, dreimal links herum ist dasselbe wie einmal rechts herum. Aus Platzgründen schreiben wir die ganze Schleife auf dieser Folie ohne weitere Formatierung in eine Zeile, was man der Übersichtlichkeit halber eigentlich eher vermeidet. Da Methode TurnLeft von Robot an Symtuner vererbt ist, steht diese Methode in Klasse Symtuner zur Verfügung und kann verwendet werden. Um Methode Dernreit zu implementieren, wir müssen nicht wie sonst mit Punkt vorneweg dazu schreiben, welcher Roboter sich nach links drehen soll. Der Roboter mit dem Dernreit aufgerufen wird, ist automatisch der Roboter mit dem Dernreit dann dreimal Dernleft aufgerufen wird. Das Schlüsselwort Public hier besagt, dass die Methode Dernreit nach außen sichtbar und allgemein verwendbar sein soll. Vorgriff, mehr dazu im Kapitel zu objektorientierter Apps Teract ION. Das Schlüsselwort Void zeigt an, dass diese Methode nichts zurückliefert. Wir haben schon vier Methoden der Klasse Robot kennengelernt, die jeweils einen Wert zurückliefern. Methode ist der Red, Methode Avenue, Methode Annie Beepers in Beeperback und Methode Front is Clear. Bei diesen Methoden steht an der Stelle, an der hier Void steht, der Rückgabetyp, also Int. Bei den ersten beiden Methoden und Bolean bei den zweiten beiden. In diesem Fall werden wir uns später ansehen bei einer Methode wie Move, Dernleft und eben Dernreit hingegen, die nichts zurückliefern soll. Steht statt dessen Void, ein englisches Wort für leer. Hier würden wir die Parameter von Methode Dernreit spezifizieren. Methode Dernreit soll aber wie Dernleft keine Parameter haben. Daher lassen wir die Parameterliste leer, aber das leere Klammerbar müssen wir dennoch hinschreiben. Beim Einrichten eines Objekts der Klasse Symptoner möchten wir ja wie bei einem Objekt der Klasse Robot die Street, Die Avenue, die Richtung und die Anzahl Beeper übergeben können. Diese Funktionalität wird ausgründen, die wir im Kapitel zu Methoden, Abschnitt zu Konsterektoren diskutieren. Nicht vererbt, das ist aber auch die einzige Ausnahme. Alle anderen Methoden werden vererbt. Wir müssen also selbst einen Konsterektor definieren. Denn dieser wird bei Einrichten eines Objekts aufgerufen. Ein Konsterektor heißt immer genauso wie die Klasse, hier heißt er also Symptoner. Den Konsterektor brauchen wir public, sonst können wir ihn nicht außerhalb der Klasse Symptoner verwenden. Ein Konsterektor hat keinen Rückgabetyp, auch nicht Volt. Dieser Konsterektor von Symptoner tut nichts anderes, als den Konsterektor der Basisklasse, also von Klasse Robot aufzurufen. Das ist auch logisch, denn abgesehen von der neuen Methode Turnride soll Symptoner ja gar keine zusätzliche Funktionalität haben. Also gibt es für Symptoner auch nichts zu initialisieren. Den Konsterektor der Basisklasse ruft man mit Schlüsselwort Super auf, gefolgt von der Parameterliste für den Konsterektor der Basisklasse. Beim Einrichten von Robotobjekten hatten wir immer diesen Konsterektor von Klasse Robot aufgerufen. Erster Parameter die Street, zweiter Parameter die Avenue, dritter Parameter die Richtung und vierter Parameter die Anzahl Beeper Klasse Symptoner bekommt die Verwaltung von Street, Avenue, Richtung und Beepern von der Klasse Robot geschenkt. Aber dafür müssen wir hier dann eben auch die verwalteten Werte initialisieren, wie wir das auch bei Robotobjekten gemacht haben. Wir haben ja in dem kleinen einführenden Programmbeispiel für Symptoner gesehen, dass wir den Konsterektor für Symptoner genauso aufrufen wollen wie den von Robot. Mit denselben vier Werten in derselben Reihenfolge hier spezifizieren wir die Parameter für den Konsterektor, durch Kommas voneinander getrennt. Die Street, die Avenue und die Anzahl Beepers sind von dem uns schon bekannten Typ Internationale. Die Richtung ist von einem Typ namens Direkt ION, der ähnlich wie der primitive Datentyp Bolian nur wenige Werte haben kann. Konkret sind das bei Direkt ION die uns schon wohl bekannten Werte NOS. Ist, South und West während Bolian zur Sprache Java gehört? Ist Direkt ION im Karajay-Paket definiert? Damit ist Klasse Symptoner fertig Vorgriff? Wir werden später im Kapitel zu objektorientierter Absteract ION Abschnitt zu Enumtypen sehen, wie man solche Aufzählungen selbst definiert. Als nächstes definieren wir eine weitere beispielhafte Klasse. Hier geht es nicht darum, die Funkt-Ionalität von Klasse Robot zu erweitern wie bei Symptoner, sondern es geht darum, das Verhalten der Methoden zu verändern. Genauer gesagt, soll bei jedem Vorwärtsschritt und jeder Drehung eines Slow-Mode-Ion-Robot eine kurze Zeitspanne vergehen. Damit man die Act-Ionen des Roboters schrittweise nachvollziehen kann in Karajay können Sie das durch die Methode Setterlei von WorldGlobal für alle Roboter machen. Wir implementieren das jetzt so, dass jeder Roboter seine individuelle Zeitspanne haben kann. Die Datei ist slow-mode-ion-robot.java. Die neue Klasse Slow-Mode-Ion-Robot leiten wir von Symptoner ab. Sie erbt also Methoden wie Vorwärtsschritt und Linksdrehung von Klasse Robot und Rechtsdrehung von Klasse Symptoner. Sie erbt natürlich auch die anderen Methoden von Robot sowie alle Attribute und das Zeichnen in die Karajay-Welt. So kann man sich das Erbstheract vorstellen. Ein Objekt von Klasse Slow-Mode-Ion-Robot enthält ein Objekt von Klasse Symptoner. Dieses wiederum ein Objekt von Klasse Robot. Klasse Robot enthält eine Reihe von Attributen. Hier sind nur beispielhaft die Attribute eingetragen, die wir bisher kennengelernt haben. Klasse Symptoner hatten wir keine Attribute mitgegeben, wie wir schon auf der letzten Folie gesehen hatten. Hat Klasse Slow-Mode-Ion-Robot ein Attribut namens Delay? Das Robot und Symptoner nicht haben, das schauen wir uns auf der nächsten Folie an. Die zeitliche Verzögerung bei jeder Act-Ion haben wir als ganze Zahl in Millisekunden anzugeben. Dies ist nun unser erstes selbst gebasteltes Attribut. Mit einer Klasse will man, dass eine Klasse Attribute haben soll. Dann schreibt man sie einfach in die Klassen Definit-Ion hinein. Aber außerhalb aller Methoden Definit-Ionen. Mit private statt Public wird dafür gesorgt, dass auf das Attribut Delay nicht von außerhalb der Klasse Slow-Mode-Ion-Robot zugegriffen werden kann. Jeder Versuch, von einer Methode in einer anderen Klasse aus auf dieses Attribut lesend oder schreiben zuzugreifen, führt zu einem Fehler beim Kompilieren-Vorgriff. Mehr dazu im Kapitel zu objektorientierter Apps-Theract-Ion-Abschnitt zur Vererbung von Attributen. Genau wie bei Symptoner richten wir auch für Slow-Mode-Ion-Robot einen Public-Konst-Di-Roktor. In die Regeln geht ihn wieder. Ein Konst-Di-Roktor heißt genauso wie die Klasse. Und ein Konst-Di-Roktor hat keinen Rückgabetyp. Auch nicht Volt. Genau wie bei Symptoner bekommt der Konst-Di-Roktor für Slow-Mode-Ion-Robot die Street, die Avenue, die Richtung und die Anzahl Beeper als Parameter und ruft damit den Konst-Di-Roktor der Basisklasse auf die Basisklasse ist. Symptoner mit Super wird also der Konst-Di-Roktor aufgerufen, den wir eben für Symptoner eingerichtet haben. Dieser tut aber auch nichts anderes als den Konst-Di-Roktor von Klasse-Robot mit denselben Werten aufzurufen. Indirekt wird hier also Robot mit seinen vier Werten initialisiert. Der Konst-Di-Roktor von Symptoner hat aber noch einen weiteren Int-Parameter, mit dem das Attribut Delay für die Verzögerung initialisiert wird. Der Aufruf des Konst-Di-Roktors der Basisklasse mittels Super muss immer die erste Anweisung im Konst-Di-Roktor sein. Daher kommt die Initialisierung von Delay erst danach. Wir schreiben nun eine Methode Move. So wie bei Robot ist die Methode Move auch hier Public, liefert keinen Wert zurück und hat keine Parameter. Wir sagen in einem solchen Fall, dass die Klasse Slow-Mode-Ion-Robot die Methode Move von Robot überschreibt. Bei Symptoner war das noch so. Ruft man Move auf mit einem Symptoner, dann wird die Message Move von Robot aufgerufen. Bei Slow-Mode-Ion-Robot hingegen wird die Methode Move von Slow-Mode-Ion-Robot aufgerufen. Es wird immer die zuletzt in der Vererbungshierarchie definierte Methode aufgerufen. Das ist hier die von Slow-Mode-Ion-Robot-Vorgriff. Im Kapitel zu objektorientierter Apps-Therak-Ion-Abschnitt zu verborgenen in Format-Ionen. Sehen wir uns den internen Mechanismus an und verstehen dadurch die Logik dahinter dann systematisch. Diese Methode hält die Abarbeitung des Programms eine Zeit lang an. Diese Zeitspanne ist in der Lage gespeichert. SRED ist eine vordefinierte Klasse, die nichts mit KRLJ zu tun hat, sondern auch ohne das Paket KRLJ allgemein in Java zur Verfügung steht. Die Methode SLEEP von Klasse SRED hält die Abarbeitung des Programms so lange an, wie ihr Parameter es sagt. Maßeinheit ist Millisekunde. Wir haben es schon bei Klasse World gesehen, dass es auch Methoden gibt, die nicht mit dem Namen einer Variablen, sondern mit dem Namen der Klasse aufgerufen werden. Dort waren das die Methoden zur Errichtung von Wänden in der KRLJ World Vorgriff. Wie dort schon bemerkt, betrachten wir Methoden, die mit Klassen aufgerufen werden, systematisch im Kapitel zu objektorientierter Apps-Therak-Ion. Stichwort Klassenmethoden-Klasse SRED kommt dann im Kapitel zu SREDs und GUIS dran. Eigentlich soll ja Methode Move von SlowMode-Ion-Robot dasselbe machen wie Methode Move von Robot, nur eben mit der kurzen Zeitverzögerung hinterher mit Super und einem Punkt dazwischen wird die Methode Move der Basisklasse aufgerufen. Die Basisklasse von SlowMode-Ion-Robot ist Symthuna. Und Symthuna hat Methode Move von Robot geerbt, also wird mit Super.Move hier die Methode Move von Robot aufgerufen. Das Überschreiben von TurnLeft ist völlig analog zum Überschreiben von Move. Erst Aufruf von TurnLeft der Basisklasse, also indirekt TurnLeft von Robot, dann wird die Abarbeitung des Programms um delay viele Millisekunden angehalten. Und auch bei TurnLeft ist alles völlig analog. Jetzt eine Klasse namens FastRobot mit einer zweiten Move-Methode, die mehrere Schritte auf einmal machen kann, abhängig von ihrem Parameter. Wir sehen in der ersten Zeile, dass FAST-Robot von Symthuna abgeleitet ist. Dadurch hat FastRobot die Methode Move, wie wir sie bisher kennengelernt haben, und natürlich auch die anderen Methoden von Robot und Symthuna. Kopf der Klasse und Consterecta sehen analog wieder genauso aus, wie wir es schon bei Symthuna gesehen haben. Das brauchen wir nicht nochmals im Detail durchzugehen. Hier definieren wir jetzt eine zweite Methode Move. Sie überschreibt nicht die Methode Move von Robot, denn sie hat eine andere Parameterliste Klasse. FastRobot hat daher zwei Methoden, die denselben Namen Move tragen, sich aber in der Parameterliste unterscheiden. Die Namensgleichheit hat überhaupt keine Bedeutung. Es sind einfach zwei verschiedene Methoden. So als wenn wir beiden Methoden unterschiedliche Namen gegeben hätten. Die neue Methode macht so viele Schritte vorwärts, wie ihr Parameter es vorgibt, da die Methode Move ohne Parameter nicht überschrieben wurde. Steht sie ganz normal in FastRobot zur Verfügung und muss nicht mit Super angesprochen werden. Wir sehen uns jetzt den FastRobot in Act AON an. Das ist die von Klasse Robot über Klasse Symthuna geabte Methode Move, da sie nicht überschrieben wurde. Macht sie genau das, was sie auch in Klasse Robot macht. Und das ist jetzt die neue Methode Move in FastRobot. Durch diesen Aufruf geht der Roboter gleich fünf Schritte auf einmal vorwärts. Wir schauen uns jetzt mehrere Roboterklassen nacheinander an, deren Roboter nach verschiedenen Strategien durch die Gegend laufen und jeden Beep aufnehmen. Auf den sie treffen diese Roboterklassen benennen wir nach dem bekannten alten Spiel, in dem es so ähnliche Roboter gab. Der erste einfache Packman-Roboter soll immer im Zickzack gehen. Das heißt, bei jedem Aufruf von Move soll er nicht nur vorwärts gehen, sondern auch seine Richtung ändern. Immer abwechselnd nach links und rechts unten links haben wir einen Roboter von dieser Art platziert. Bei einem Move geht der Roboter wie immer einen Schritt, aber er macht an der neuen Kreuzung noch zwei Dinge. Erstens nimmt er alle Beeper auf, die an der neuen Kreuzung sind. Zweitens dreht er sich um 90 Grad. Diese Drehung soll immer abwechselnd sein. War sie bei einem Move nach links, soll sie beim nächsten Move nach rechts sein und umgekehrt. Nach einem weiteren Move sehen wir, dass an der vorhergehenden Kreuzung keine Beeper mehr sind. Der Roboter hat sich diesmal nach rechts gewandt. Nach zwei weiteren Schritten sehen wir schon andeutungsweise, welche Spur der Roboter durch das Beeperfeld zieht. Nach nochmals vier weiteren Schritten wird das Muster vollends deutlich. Der Roboter frisst sich praktisch auf Treppenstufen vorwärts. Nach weiteren acht Schritten hat sich das Muster natürlich nicht verändert, nur verlängert. Die Klasse Pac-Man-Robot 1 für den ersten einfachen Pac-Man-Roboter ist ebenfalls von Symptone abgeleitet. In diesem Fall geben wir aber schon beim Konsterektor der Basisklasse vor, dass ein Pac-Man-Robot 1 zu Beginn noch keine Beeper haben soll. Daher gibt es keine Anzahl Beeper in der Parameterliste des Konstereokters von Pac-Man-Robot 1. Und der entsprechende Wert beim Aufruf des Konstereokters der Basisklasse wird fest auf 0 gesetzt. Wie schon analog beim Füllen eines Zimmers, wird dieses BOOL-SCLG-Attribut dem Roboter bei jedem Move sagen. Ob er dann noch nach links oder nach rechts drehen soll es ist private. Weil es nur eine interne Hilfsfunk-Io in innerhalb der Klasse Pac-Man-Robot 1 hat, die erste Drehung des Roboters im einführenden Beispiel war nach links. Es korrespondiert damit, dass Next-Turn-Left mit True initialisiert wird. Wir brauchen eine Methode, mit der ein Pac-Man-Robot alle Beeper an der Kreuzung aufheben kann, an der er gerade steht. Diese Methode ist private, weil sie nur eine interne Hilfe ist und nicht von außerhalb verwendet werden soll. Durch das private kann die Methode nur von anderen Methoden der Klasse Pac-Man-Robot 1 aufgerufen werden. Nicht von außerhalb der Klasse Pac-Man-Robot 1. Die Methode Next-Door-Beeper kennen wir schon vom Zimmerfüllen. Sie liefert einen Bullshit-Wert zurück, also True oder False, und kann daher so wie hier gezeigt in der Fortsetzungsbedingung der Wallschleife aufgerufen werden. Solange es Beeper an der Kreuzung gibt, auf der der Roboter gerade steht, soll also immer eine aufgehoben werden. Mit anderen Worten, es werden alle Beeper an dieser Kreuzung aufgehoben. Und sobald es keine Beeper an dieser Kreuzung mehr gibt, ist die Wallschleife und damit die ganze Methode zu Ende. Schlussendlich müssen wir noch die Methode Move-So überschreiben. Dass sie nach dem Vorwärtsschritt erstens alle Beeper aufnimmt und zweitens die Richtung des Roboters endet. Wie üblich wird der Vorwärtsschritt an die Methode Move der Basisklasse delegiert. Und dann hebt der Roboter an der neuen Kreuzung alle Beeper auf. Wie er dann noch seine Richtung selbstständig endet, sehen wir uns aus Platzgründen erst auf der nächsten Folie an. Wir müssen eine Fallunterscheidung machen. Je nachdem, ob der Roboter sich nach links oder nach rechts drehen soll. Wenn Next Turn Left gleich True ist, dreht er sich nach links, wie der Name schon sagt. Diese Linksdrehung passiert als erstes. Dann muss der Roboter sich im Attribut Next Turn Left noch merken, dass er als nächstes nicht nach links, sondern nach rechts drehen soll. Für die Behandlung des Falles, dass die If-Abfrage false liefert, haben wir schon das Schlüsselwort Else kennengelernt. Es wird also genau eine dieser beiden Blöcke von Anweisungen ausgeführt. Der obere, false next turn left gleich True ist, der untere, false next turn left gleich false ist. Beachten Sie, dass die beiden Blöcke spiegelsymmetrisch zueinander dasselbe tun, nur dass links und rechts ausgetauscht sind. Ein kleiner Exkurs. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie diese If-Abfrage logisch äquivalent hätte formuliert werden können. Links ist noch einmal die Formulierung, die wir auf der letzten Folie gesehen hatten. Statt auf next turn left gleich True hätte auch auf next turn left gleich False abgefragt werden können. Dann vertauschen sich die beiden Fälle. Das heißt, die beiden Blöcke für die beiden Fälle müssen vertauscht werden. Statt explizit auf next turn left gleich True zu testen. Hätten wir natürlich auch einfach nur next turn left in die Bedingung hin anschreiben können, das hatten wir früher auch schon gemacht. Und noch etwas hätten wir bei der Gelegenheit anderes machen können. Die Neusetzung von next turn left aus der If-Abfrage ganz herausziehen und mit dem schon gesehenen Ausrufezeichen als Umkehrung des Wertes in next turn left ohne Fallunterscheidung verwirklichen. Oder auch so, statt explizit auf next turn left gleich False zu testen, kann man auch hier wieder das Ausrufezeichen verwenden. Zurück zu Pac-Man-Robotern. Die Definite AO in der Klasse Pac-Man-Robot 1 hatten wir schon fertiggestellt. Jetzt lassen wir die Roboter laufen. Die Datei heißt Pac-Man-Robot 1. Exempel Conrad lassen wir drei Roboter der Klasse Pac-Man-Robot 1 parallel jeweils neun Vorwärtsschritt tun. Unzweckmäßigerweise sind die drei wieder in einem Array zusammengefasst bezüglich Java gibt es auf dieser Folie nichts Neues. Und hier sehen wir das Ergebnis jeder der drei Pac-Man-Roboter hat seine Spur durch die Karel J-World gezogen. Jeweils abhängig von der Startkreuzung und der Startrichtung. Wir wollen jetzt eine zweite Pac-Man-Roboter-Klasse definieren mit Namen Pac-Man-Robot 2, die nicht bei jedem Vorwärtsschritt die Richtung wechselt, sondern nur bei jedem zweiten. Daher hinterlassen Roboter dieser Klasse solche eigentümlichen Spuren. Wie wir sie gleich sehen der Roboter ist wieder an derselben Kreuzung platziert wie der Roboter im einführenden Beispiel für Pac-Man-Robot 1. Nach dem ersten Schritt unterscheiden sich Pac-Man-Robot 1 und Pac-Man-Robot 2 noch nicht. Nach dem zweiten Schritt immer noch nicht. Erst nach dem dritten Schritte sehen wir einen Unterschied. Dieser Roboter geht zwei Schritte in derselben Richtung vorwärts, bevor er seine Richtung ändert. Nach weiteren zwei Schritten sind weitere zwei Beeper in der neuen Richtung abgegrast. Und erst danach wendet sich der Roboter wieder nach links. Vier weitere Schritte, also zwei Richtungswechsel, und so weiter. Die Klasse Pac-Man-Robot 2 wird ebenfalls von Symptone abgeleitet. Bei Pac-Man-Robot 1 mussten nur zwei Fälle unterschieden werden. Je nachdem, ob der Roboter sich als nächstes nach links oder nach rechts drehen soll. Hier müssen wir noch zusätzlich unterscheiden. Ob der Roboter den ersten oder den zweiten Schritt in eine Richtung gemacht hat. Für letzteres richten wir ein zweites Boolean-Attribut an und benennen auch dieses aussagekräftig. Wie Pac-Man-Robot 1 hat auch Pac-Man-Robot 2 exakt dieselbe Methode. Um alle Beeper an der momentanen Kreuzung aufzunehmen, wir haben sie bei Pac-Man-Robot 1 schon diskutiert. Das brauchen wir hier nicht zu wiederholen. In Klasse Pac-Man-Robot 2 wird ebenfalls wieder Methode Move überschrieben. Der eigentliche Vorwärtsschritt und das Aufnehmen der Beeper an der neuen Kreuzung sind auch völlig identisch zu Pac-Man-Robot 1. Auf den ersten Schritt in eine Richtung folgt immer der zweite Schritt in dieselbe Richtung. Und auf den zweiten Schritt in eine Richtung folgt immer der erste Schritt in die nächste Richtung. Daher ist es korrekt. In jedem Vorwärtsschritt die Informat ION, ob es gerade der erste oder der zweite Schritt in eine Richtung ist, umzukehren. Aber nur in genau einem dieser beiden Fälle ist eine Drehung fällig. Wieder je nachdem, ob Next Turn Left momentan True oder False ist, geht die Drehung nach links bzw. nach rechts. Und nach jeder Drehung müssen wir wieder die Richtung für die nächste Drehung ändern. Damit ist Pac-Man-Robot 2 fertig. Pac-Man-Robot 1 und Pac-Man-Robot 2 haben sehr viele Gemeinsamkeiten und, bei Licht betrachtet, gibt es eigentlich nur einen einzigen Unterschied. Die Strategie, wann gedreht werden soll und in welche Richtung dann gedreht werden soll alles andere ist bei beiden Klassen völlig identisch. Wir werden jetzt sehen, wie man Pac-Man-Robot 1 und Pac-Man-Robot 2 zu einer einzigen Klasse Pac-Man-Robot zusammenfassen kann, die alle Gemeinsamkeiten von beiden Klassen implementiert. Die Unterschiede werden dann geeignet ausgelagert. So wie Pac-Man-Robot 1 und Pac-Man-Robot 2, wird auch Klasse Pac-Man-Robot wieder von Symptone abgeleitet. Auch der Konst-Diroktor mit Aufruf des Konst-Diroktors der Basisklasse mit Street, Avenue, Richtung und 0 Beepern ist exakt derselbe wie bei Pac-Man-Robot 1 und Pac-Man-Robot 2. Pac-Man-Strategie ist ein Typ, den wir erst noch später definieren müssen. In diesem Typ wird die Strategie für den Richtungswechsel in austauschbarer Form ausgelagert sein. So dass einmal die einfache Strategie von Pac-Man-Robot 1, ein anderes mal die etwas kompliziertere Strategie von Pac-Man-Robot 2 dahinterstehen kann. Natürlich könnten wir dann auch beliebig viele weitere Strategien implementieren und dann Objekte der Klasse Pac-Man-Robot stecken. Wir brauchen wieder Methode Pick-Eye-Bippers. Und zwar auch diese völlig identisch wie bei Pac-Man-Robot 1 und Pac-Man-Robot 2. Methode Move ist jetzt relativ kurz. Ein Vorwärtsschritt und dann alle Beeper auf der neuen Kreuzung aufsimmeln. Auch dies völlig identisch zu Pac-Man-Robot 1 und Pac-Man-Robot 2. Der Typ Pac-Man-Strategie, den wir noch zu realisieren haben, soll eine Methode Number of Left Turns haben, die zurückliefert, wie viele Linksdrehungen der Roboter machen soll. Um der Strategie zu folgen, die Vorschleife unmittelbar darunter führt diese Anzahl Linksdrehungen aus. Jetzt implementieren wir diesen ominösen Typ Pac-Man-Strategie und alles, was dahinter steckt. Pac-Man-Strategie ist etwas, das wir bisher nicht kennen. Ein Interface, das sieht auf den ersten Blick aus wie eine Klasse, ist aber weit weniger als eine Klasse. Hier ist die Methode Number of Left Turns, die wir schon von Pac-Man-Strategie benutzt haben, aber in einem Interface werden Methoden nicht implementiert, sondern nur ohne Implementat ION definiert. Das heißt, es wird hier nur gesagt, dass diese Methode in Klassen, die das Interface Pac-Man-Strategie implementieren, vorhanden sein soll, und welche Parameter und welchen Rückgabetyp diese Methode dann haben soll. All daher gibt es keinen Block von Anweisungen, sondern an dessen Stelle nur ein Abschließer in die Semikolon. Da, wo bisher Wort stand, steht nun der Rückgabetyp international. Damit sind übrigens das Interface Pac-Man-Strategie und seine Methode Number of Left Turns vollständig erklärt. Alles weitere dann bei den Klassen, die das Interface implementieren und dadurch überall da verwendet werden können, wo Pac-Man-Strategie erwartet wird. Um eine konkrete Strategie zu realisieren, die in Pac-Man-Robot verwendet werden kann, müssen wir eine Klasse schreiben, die das Interface Pac-Man-Strategie implementiert. Wir haben zwei Strategien bisher gesehen und wollen beide realisieren, also schreiben wir zwei Klassen. An dieser Stelle steht bei den beiden Klassen jeweils, dass das Interface Pac-Man-Strategie von ihnen implementiert wird. Das nehmen wir hier nur zur Kenntnisvorgriff. Mehr dazu im Kapitel zu objektorientierter Apps-Therak-Io-N, Abschnitt zur Interfaces. Das ist die vollständige Implementart-Io-N-Klasse, die unsere erste Strategie umsetzt, also dass die Richtung nach jedem Vorwärtsschritt gewechselt wird. Wir haben uns das alles nicht nochmals neu ausgedacht, sondern uns einfach schamlos bei Pac-Man-Robot 1 bedient. Die alte bekannte Bolean-Variablen-Extern-Left aus Klasse Pac-Man-Robot 1 kommt in Klasse Pac-Man-Robot nicht vor, sondern ist in die Pac-Man-Strategie 1 ausgelagert worden. Weil sie ja nur für die Strategie zum Richtungswechsel gebraucht wird, sie wird im Const-Therakter exakt so initialisiert wie in Pac-Man-Robot 1. Die erste Drehung geht also auch hier nach links. Im Interface-Pac-Man-Strategie war diese Methode nur definiert worden, hier müssen wir sie nun implementieren, um unsere Strategie zum Richtungswechsel zu realisieren. Noch eine kleine Neuigkeit am Rande, das ist eine Kurzform von If-Else für den sehr häufigen Fall, dass in beiden Fällen, If und Else, nur ein einzelner Wert zu berechnen und sonst nichts zu tun ist. Der Ausdruck besteht aus drei Teilen. Die ersten beiden Teile werden durch ein Fragezeichen, die letzten beiden Teile durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt. Der erste Teil muss boolsch sein, das ist hier der Fall. Next turn left ist eine boolean Variable. Wenn der erste Teil true ist, dann ist das Gesamtergebnis gleich dem zweiten Teil, sonst gleich dem dritten Teil. Hier heißt das konkret, falls next turn left gleich true ist, dann ist das Gesamtergebnis gleich 1, sonst gleich dritter. Dieses Gesamtergebnis wird in der endvariablen Result gespeichert. Es realisiert genau die erste Strategie. Denn drei Linksdrehungen sind ja gleich einer Rechtsdrehung. Erinnerung an Rigid. Dieses Konsterokt ist 1 zu 1 dasselbe wie die iffunktion in Rigid, die wir im Kapitel zu funktionale absteraktion, Abschnitt zu Rekursion, erstmals gesehen hatten. Das haben wir schon mehrfach gesehen, wenn die letzte Drehung nach links ging. Muss die nächste nach rechts gehen und umgekehrt. Das ist neu. Hier wird das Ergebnis, ein oder drei, zurückgeliefert. Hinter das Schlüsselwort return schreibt man den Wert, der durch die Methode zurückgeliefert werden soll und wie schon vorher bemerkt, muss dort, wo bei unseren ersten selbst implementierten Methodenwort stand, Jetzt der Rückgabetyp stehende Wert Result ist vom Typ int, das muss oben angezeigt werden. Jetzt unsere zweite Strategie, die nicht bei jedem Vorwärtsschritt einen Richtungswechsel vorschreibt, sondern nur bei jedem zweiten Attributen extern left wie gehabt. Für die zweite Strategie mussten wir uns ja zusätzlich merken, ob der nächste Schritt der erste oder schon der zweite in derselben Richtung ist, bevor es wieder an einen Richtungswechsel geht. Jetzt müssen wir uns noch die Methode number of left turns ansehen. Wir bedienen uns dazu wieder schamlos, diesmal natürlich bei Pac-Man Robot 2. Wie bei Pac-Man Robot 2 muss in jedem Schritt die Informat ION, ob der nächste Schritt der erste oder der zweite in dieselbe Richtung ist, umgedreht werden. Für die Frage, ob eine Drehung ansteht, ist wieder entscheidend, ob jetzt der erste oder der zweite Schritt in dieselbe Richtung kommt. Noch einmal der Bedingungsoperator wie bei Pac-Man Strategie 1. Und nicht vergessen, nach jeder Drehung die Richtung der nächsten Drehung ändern. Das zurückgelieferte Ergebnis ist 0. Wenn jetzt der First Step zu Beginn von number of left turns falls war, sonst 1 oder 3. Je nachdem, ob next turn left true oder falls war, das entspricht exakt unserer zweiten Strategie. Abwechselnd links und rechts Drehung in jedem zweiten Schritt und keine Drehung in den Schritten dazwischen. Zum Abschluss des Themas Pac-Man Roboter sehen wir uns noch an. Wie das aussieht, wenn zwei Pac-Man Roboter gleichzeitig mit den beiden unterschiedlichen Strategien unterwegs sind. Wir richten hier ein Objekt der Klasse Pac-Man Strategie 1 und Pac-Man Strategie 2 an. Erinnern Sie sich daran, dass jede der beiden Klassen jeweils einen Konsterokter mit leerer Parameterliste hat. Jetzt zwei Objekte der Klasse Pac-Man Roboter. Der letzte Parameter des Konsterokters von Klasse Pac-Man Roboter hatte dem Typ Pac-Man Strategie eine Klasse wie Pac-Man Strategie 1 bzw. Pac-Man Strategie 2. Die das Interface Pac-Man Strategie implementieren, kann dann anstelle von Pac-Man Strategie übergeben werden. Wenn dann in Pac-Man Roboter die Methode Number of Left Turns aufgerufen wird, dann wird bei PR1 die Implementar-Ioan von Pac-Man Strategie 1 aufgerufen und bei PR2 die Implementar-Ioan von Pac-Man Strategie 2. So, und jetzt die beiden Roboter einfach loslaufen lassen. Und mit dem bildlichen Ergebnis dieses Loslaufens beenden wir diesen Abschnitt des Kapitels Vorgriff. Diese Auslagerung der Strategie in eine andere Komponente ist ein Beispiel für separat Ion of Concerns. Siehe Kapitel zu korrekter Software. Zum Schluss dieses Kapiteln sehen wir uns an einem Beispiel ein ganz allgemeines Konzept von Java an. Das Konzept besagt schlicht und einfach, überall dort, wo eine Basisklasse erwartet wird, kann stattdessen auch eine direkt oder indirekt abgeleitete Klasse stehen. Zum Beispiel kann jede von Robot abgeleitete Klasse anstelle der Klasse Robot stehen. Einige dieser Klassen sind indirekt von Robot abgeleitet. Nämlich über die Klasse Symptome als Zwischenglied. Wenn wir nun dieselbe Methode, zum Beispiel Move, so wie gesehen für jede Komponente des Arrays aufrufe, dann wird für jede einzelne Komponente jeweils die Methode der Klasse aufgerufen, die in dieser Komponente angerichtet wurde Vorgriff. Das werden wir uns im Kapitel zu objektorientierter Appstheraktao an genauer ansehen. Und damit ist das gesamte Kapitel zu Ende.